Ich träumte. Ich befand mich auf demselben Feld wie in dem seltsamen Traum, den ich im Krankenhaus gehabt hatte. Wieder blühte das Getreide üppig und grün, und meine Füße waren nackt. Die Luft fühlte sich kühl und frisch an, also befand ich mich definitiv nicht in Alabama. Der Himmel präsentierte sich diesmal dunkler, und am Horizont scharrten sich dichte, schwarze Regenwolken. Es sah aus, als würde es ein fürchterliches Unwetter geben. Auch der alte Mann war da. Diesmal saß er auf einer kleinen, grasbewachsenen Erhebung. Sein Haar war immer noch wirr und weiß, sein Stock ruhte auf dem Boden neben ihm. Abwesend polierte er seine runden Brillengläser mit einem weißen Taschentuch. »Hallo, Junge! Willkommen wieder hier!« Sein Akzent war ungebrochen stark, und er erinnerte mich ein wenig an den meiner Großeltern mütterlicherseits. Er klang zutiefst osteuropäisch, allerdings entstammte er keiner der Sprachen, die ich beherrschte. »Was mache ich hier?« fragte ich und setzte mich neben ihn ins Gras. Wir beobachteten die sich nähernde Gewitterfront. Der Wind wurde stärker und neigte das Getreide unter sich. »Ich dachte, du hättest gesagt, wir würden uns nur wiedersehen, wenn ich etwas Dummes tue und umgebracht werde.« »Ich mich geirrt.« »Das Neue für mich ist auch,« antwortete er. »Ist jetzt näher. Deshalb ich helfe einfacher.« »Was ist jetzt näher?« »Du wirst sehen.« »Es kommt.« Er deutete über die Landschaft auf die zornigen Gewitterwolken. »Was kommt?« »Sturm.« »Ich dir zeige, wenn ich kann.« »Ich dir helfe, wenn ich kann.« »Helfen wobei?« Es war ein verwirrender Traum. Das gebrochene Englisch meines Gastgebers war auch alles andere als hilfreich. »Das Böse kommt. Der Verfluchte es bringt. Du wirst aufhalten, wenn kannst. Wenn nicht, Zeit wird sterben.« Er sagte es so, als sei diese kryptische Information eine schlichte Tatsache. »Wer bist du?« »Ich dir gesagt. Ich bin Freund. Ich hier zu helfen.« Er spuckte auf seine Brillengläser und polierte sie weiter. Mir fiel auf, dass er einen kleinen Davidstern um den Hals trug. Seine Kleider waren alt und schlicht und schienen handgenäht zu sein. »Wie ist dein Name?« »Lange niemand mehr gefragt.« »Das beantwortet die Frage nicht,« gab ich zurück. »Mein Name jetzt nicht ist wichtig, Junge. Ich nur bin alter Mann.« Er hob die Brille an, begutachtete sie und nickte zufrieden, bevor er sie sich auf die Nase setzte. »Gut. Hilf mich auf, bitte.« Ich stand auf und reichte ihm die Hand, als er sich langsam auf die Beine mühte. Ich hob seinen Stock auf und reichte ihn ihm. Das polierte Holz erwies sich als überraschend schwer und dicht. Als ich aufschaute, stellte ich fest, dass uns das Unwetter unmöglich nahe gekommen war. Der blaue Himmel war völlig verdeckt, und die Wand, die heranzog, bestand aus einer wirbelnden Masse von Dunkelheit, Wolken und Blitzen. Ein grüner Schimmer umgab sie, und ich konnte die durch den Boden knisternde Energie fühlen. Das Getreide wurde geplättet oder aus der Erde gerissen, als uns kraftvolle Böen erfassten. »Wir jetzt gehen. Ich dir zeige, was ich kann. Ich dein Hilfe brauche.« »In Ordnung«, erwiderte ich, da ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. »Du mir hilfst. Ich dir helfe. Nicht, ich kann versprechen, das funktioniert, aber ich tue versuchen.« Er ergriff mein Handgelenk. Seine kalten Finger fühlten sich zerbrechlich und arthritisch an. Der alte Mann rückte seine Brille zurecht und beobachtete mit zusammengekniffenen Augen, wie sich der Sturm näherte. Mittlerweile bewegte er sich wie eine Flutwelle über das Land und schien mit böswilliger Absicht auf uns zuzuhalten. Plötzlich erkannte ich in den Wolken Formen. Krieger, Monster, Tod, Seuchen, Hunger, Leid, Verderben und Krieg. Mein angenehmer Traum verwandelte sich in einen Albtraum. Das Tosen des Windes, Donnergrollen und das Geheul von etwas anderem rollten über uns hinweg. Die schwarze Wand erreichte uns und wir wurden rasch von ihr verschlungen. Ich träumte immer noch. Nur befand ich mich aus unerfindlichen Gründen wieder auf dem Gelände von MHI. Ich besaß keinen Körper, trotzdem konnte ich irgendwie sehen. Und nicht nur das. Ich konnte alles sehen. Wände waren bedeutungslos für mich. Sehen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Mir war alles bewusst. Meine Wahrnehmung beschränkte sich nicht auf die Informationen, die meine Augen erfassten oder die mein Gehirn verarbeiten konnte. Ich fand meinen Körper friedlich schlafend in der Kaserne vor. Trip las in der Pritsche über mir wie jede Nacht einen Fantasy-Schundroman. Der Mann war süchtig danach. Der Rest meiner Mitauszubildenden schlief oder tat zumindest so. In der Frauenkaserne stellte ich wenig überrascht fest, dass Holly Newcastle nackt unter der Decke lag. So interessant der Anblick war, ich zog weiter. Schließlich war ich kein Spanner. In dieser Form stand mir die Bürofestung völlig offen. Sie erwies sich als wesentlich größer, als wir Frischlinge geahnt hatten, denn sie besaß ein riesiges Untergeschoss, das vor uns vollkommen geheim gehalten wurde. In den dunklen Ecken sah ich, dass nicht alle Mitarbeiter menschlich waren. Was für ein seltsamer Traum. Im obersten Stockwerk hielten unsere Ausbilder an einem großen Tisch eine Besprechung ab. Julie, Harbinger, Sam, Milo und Grant diskutierten über etwas. Ich konzentrierte mich darauf und irgendwie gesellte sich meine Gegenwart zu ihnen in den Raum. Aufgrund all der anderen Empfindungen, die ohne meinen normalen Sinne auf mich einströmten, wirkten die Bewegungen verschwommen und die Stimmen klangen gedämpft. Es sind keine anderen Teams verfügbar. Nur wir und die Frischlinge. Boones Team ist in Atlanta. Er und seine Leute haben gerade einen Fall abgeschlossen und können unterwegs zu uns stoßen. Ich kann ihnen die Pläne schicken, sagte Julie. Wir brauchen zusätzliche Männer, meinte Sam mit sonderbar widerhallender Stimme. Ist zu schwierig, einen so großen Frachter mit nur zwei Teams abzudecken. Außerdem haben wir nicht mal den Furz einer Ahnung, womit wir es zu tun haben. Die Frischlinge sind noch nicht bereit, erklärte Milo nüchtern. Die meisten würden getötet werden, wenn es haarig wird. Wen haben wir denn, der schon bereit ist, fragte Harbinger. Wir können sie als Reserve einsetzen. Sie müssen nicht ein vorderster Front sein. Meat, Lee und vielleicht Triple J, antwortete Grant. Green könnte auch mit, nur hat ihn dieser dumme Ochse ins Krankenhaus verfrachtet. Als Unterstützung wäre auch Newcastle geeignet, fügte Milo hinzu. Einverstanden, sagte Harbinger. Was ist mit Pitt? warf Julie ein. Keine Chance. Der ist außer Rand und Band, entgegnete Grant hitzig. Er ist aber auch der beste Schütze, den wir haben. Ich gebe es nur ungern zu, aber er ist sogar besser als ich, sagte Sam. Zur Betonung schlug der große Cowboy auf den Tisch. Pitt ist ein Hitzkopf. Er wird es vermasseln, sträubte sich Grant. Allerdings ist er auch ein geborener Anführer, sprang Milo für mich in die Bresche. Übertragt ihm die Verantwortung über die Truppe der Frischlinge. Die anderen werden ihm folgen. Ich stimme dafür, dass er mitkommt, sagte Julie. Ihr habt die Franzosen ja gehört. Sie haben auf dem Schiff ein gesamtes Team verloren. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Wir brauchen jeden Schützen, den wir kriegen können. Ich mag die Franz-Männer zwar nicht, aber ihre Jäger sind erstklassig. Das muss ich ihnen lassen, erklärte Milo. Wenn etwas auf diesem Schiff ihr Team ausgeschaltet hat, dann verheißt das nichts Gutes. Ich habe das Gefühl, wir werden jede Menge Abzugsdrücker brauchen. Alles klar. Wegt Pitt, Jones, Mead, Lee und Newcastle. Auf geht's, Leute, die Uhr tickt, befahl Habinger. Grant schmollte, der Rest des Teams setzte sich in Bewegung. Cool, dachte ich körperlos bei mir. Das war ein interessanter Traum. Habinger zuckte zusammen, als hätte ihn jemand erschreckt. Er drehte sich um und starrte in die Ecke des Raumes, in der sich meine Gegenwart befand. Bevor er reagieren konnte, wurde ich plötzlich aus dem Zimmer, durch das Dach und in den nächtlichen Himmel gerissen. Ich hörte die Stimme des geheimnisvollen alten Mannes. Tut leid. Hab kurz dich verloren. Hab das gemacht noch nie. Der Boden sauste unter mir vorbei, als mein Bewusstsein mit wohl an die tausend Stundenkilometer durch die Luft raste. Die Finsternis wurde von vereinzelten Lichtern menschlicher Präsenz unterbrochen, und schließlich geriet eine Unzahl von Lichtern an einer ansonsten dunklen Küste in Sicht, als wir langsamer zu werden schienen. Ich spürte eine große Anzahl von Menschen. Die meisten schliefen, nur wenige waren wach. Vor uns erstreckte sich schwarz und endlos der Ozean, während ich über uns, unbehindert von normalen menschlichen Sinnen, buchstäblich Milliarden von Sternen ausmachen konnte. Es war wunderschön. Dann befand ich mich an einem dunklen Strand. Hinter mir verlief ein sumpfiger Wald, erhellt von leuchtenden Gasen, wuselnd vor Leben. Auf dem Meer näherte sich etwas. Ich spürte die Gestalten von Leuten auf einem Rettungsboot, das sich lautlos auf den Strand zubewegte, angetrieben weder von Wind noch von Rudern oder einem Motor, sondern von einer Kraft, die ich selbst in meinem Traumzustand nicht verstehen konnte. Als es sich näherte, verstummten die wuselnden Geräusche hinter uns, da jedes Lebewesen entweder flüchtete oder sich versteckte. Irgendwie wusste ich, dass sogar die Fische im Wasser panisch von dem Boot wegschwammen. Mit ihren simplen Gehirnen ahnten sie etwas, das all die schlafenden Menschen in der Nähe nicht wussten. Ein unnatürlicher Nebel, der in der schwülen, südlichen Luft eisig wirkte, umwirbelte das kleine Gefährt. »Ihr kromt«, sagte der alte Mann. »Wer ist er?« fragte mein Traum ich. »Ich ihn kenne als Verfluchter.« Im Boot hielten sich mehrere Gestalten auf. Einige schienen menschlich zu sein und kauerten tief im Rumpf. Rote Augen suchten den Strand ab, Nasen schnupperten in der Luft nach Beute. Ich erkannte sie aus Habingers Unterricht. Vampire. Die Könige und Königinnen der Untoten und den Schwingungen nach, die ich von ihnen empfing, handelte es sich um uralte und mächtige Wesen. Meistervampire. Laut meinem Unterricht waren Meister Einzelgänger, die nie zusammenarbeiteten. Offenbar war mein Unterricht ziemlich falsch gewesen. Mein Traum wurde hässlich. In der Mitte der Kreaturen stand irgendein Ding. Zunächst schien es ein Mann zu sein. Er trug einen gewaltigen Umhang, und durch den wieder natürlichen Nebel zeichnete sich nur die Reflexion von etwas ab, das offenbar ein polierter Brustpanzer aus Stahl und ein Helm war. Die Rüstung erinnerte mich an jene von Conquistadores. Das Geschöpf strahlte etwas unverfälscht Böses aus, ein eisiges Gefühl von Grauen, das mein Bewusstsein durchdrang. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie schrecklich es gewesen wäre, mit meinem Körper statt in meinem Traum dort zu sein. Als das Boot näher kam, erkannte ich zwischen den Spalten der Rüstung und unter dem Helm eine sich windernde, glitzernde schwarze Masse. Was sie darstellte, wusste ich nicht, aber zweifellos kein Fleisch. Die zuckenden Bewegungen riefen Erinnerungen an die Schachteln mit lebenden Regenwürmern wach, die mein Vater zum Angeln verwendete. Der Anblick ähnelte dem berühmten Gemälde von Washington, wie er den Delaware überquert, nur kamen hier eine Schar böser Untoter und eine abscheuliche Monstrosität anstelle des großen Generals vor. Seitlich an dem Boot prangte ein Name. Antoine Henri. Knirschend trieb das Rettungsboot in den Sand. Sofort sprangen die Vampire heraus und bildeten einen schützenden Ring um das Ding. Einige platschten in die Brandung, um diese Richtung abzudecken. Es waren sechs, darunter sowohl männliche als auch weibliche. Sie bewegten sich unnatürlich anmutig und schnell. Einerseits waren sie böse und wild, andererseits auch irgendwie wunderschön. Ein siebter Vampir blieb im Boot bei seinem Herrn. Wenn das Ding den Befehlshaber verkörperte, dann war jener Vampir dessen Leutnant. Ich spürte rings um mich lodernden Hass. Er ging von dem alten Mann aus und richtete sich insbesondere auf den siebten Vampir, eine großgewachsene, bleiche Gestalt mit scharfkantigen Zügen, glänzendem schwarzen Haar und einem dunklen Mantel, der wie eine Uniform anmutete. Der Vampir stand auch tatsächlich stramm, als das gepanzerte Monstrum den Strand betrat. Als das Ding den Sand berührte, durchlief das gesamte Universum ein Ruck. Jähes Unbehagen durchzuckte jedes Lebewesen im Umkreis von hunderten Kilometern. Vielleicht haben sie es selbst gespürt. Es war ein unerklärlicher Schauder, ein Gefühl von Angst, das aus dem Nichts auftauchte, ein Ziehen in der Magengrube, ein plötzliches Erwachen aus dem Schlaf. Das war der Verfluchte, der sein neues Land betrat. Der Obervampir verkündete etwas in einer fremden Sprache. Ich brauchte kurz, um diese als Portugiesisch oder einen Dialekt davon zu erkennen. Ich beherrschte es ausreichend, um seine Worte zu verstehen. Willkommen zu Hause, Lord Machado, krächzte die Kreatur und verneigte sich tief. Die anderen Vampire, die den Kreis bildeten, taten es ihm sofort gleich, wobei jene in der Brandung völlig in den Wellen untertauchten. Der unnatürliche Nebel trieb an den Strand wie ein Fanfarengeschmetter für die Abscheulichkeit vor uns. Euer Königreich wartet. Das Ding blieb stumm. Langsam drehte es sich, sah sich um. Ich vermochte nicht zu sagen, wie es sich unter dem Umhang und der Rüstung bewegte, aber es war schwarz, feucht und glitschig. Es drehte sich, bis es uns direkt anstarrte. Ich spürte, wie sein Blick über uns strich, und hätte ich in meinem Körper gesteckt, ich hätte gezittert. Obwohl ich keine Augen erkennen konnte, wusste das Monstrum irgendwie, dass wir dort waren. Jäh richteten sich die Vampire auf und folgten dem Blick ihres Herrn, starrten den alten Mann und mich an. Eine Angst, wie ich sie nie zuvor erfahren hatte, erfasste mich. Schlimmer noch als bei meinem kurzzeitigen Tod. Schlimmer, als ich es mir hätte vorstellen können. Die Kreatur wollte nicht mein Leben, sie wollte meine Seele und die jedes Menschen, den ich je geliebt hatte. »Hallo, Bureika«, der Obervampir lächelte und entblößte spitze Eckzähne. »Meine Güte, es ist wirklich lange her, nicht wahr? Wie ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht.« Der Verfluchte hob unter dem Umhang ein merkwürdig verwinkeltes Glied und zeigte auf uns. Ich spürte einen Anflug von Panik seitens meines körperlosen Gefährten. Unter aufspritzendem Sand und Wasser landeten mehrere große Schemen in der Brandung rings um uns. Ich hatte sie nicht über uns wahrgenommen. Riesige, abscheuliche Kreaturen mit mächtigen Schwingen umzingelten uns, bewegten sich mit Mordlust in den kalten Augen auf uns zu. Kreaturen mit Klauen, Hörnern und Krallen, die vergischt glitzerten. »Schaff uns hier weg«, brüllte ich. Ein wilder Ruck durchlief die Welt, als mein Bewusstsein abermals über den nächtlichen Himmel gezogen wurde, diesmal noch schneller als zuvor. Die geflügelten Monster unter uns nahmen die Verfolgung auf und sprengten Löcher in den eisigen Nebel, aber sie unterlagen den Beschränkungen ihrer physischen Körper, wir hingegen nicht. Weit schlimmer als die Monster jedoch war das Gefühl, dass der Verfluchte versuchte, uns festzuhalten und unsere Flucht zu verhindern. Es war, als werfe er ein Netz von Schwärze mit uns als Ziel aus. Die Kreaturen unter uns schrumpften rasch und verschwanden außer Sicht. Irgendwie entschlüpften wir dem Zugriff des Bösen, als mein Bewusstsein mit schier unglaublicher Geschwindigkeit über den Himmel raste. Ich erhaschte einen letzten Blick auf das Gelände von MHI, bevor ich durch das Dach der Kasernen flog und in meinen Körper zurückfuhr. Ich erwachte schreiend, krallte die Finger in die Decke und brüllte dem alten Mann zu, er solle uns vor dem Verfluchten retten. Trip stand neben meinem Bett und schüttelte mich. Oh, ein Kumpel, wach auf! Es war nur ein Traum! Beruhig dich! Nach Luft dringend sank ich auf die verschwitzten Laken zurück. Es war nur ein Traum gewesen. Der Sturm, der alte Mann, der Verfluchte, die Vampire, alles nur ein Traum. Alles war in Ordnung. Ich hatte den schlimmsten Albtraum, den man sich vorstellen kann, dies sich hervor. Was du nicht sagst. Du bist völlig ausgeflippt, aber eigentlich gilt das für jeden. Vor ein paar Minuten sind alle in den Kasernen aufgewacht. Als hätten alle einen Albtraum gehabt. Ich habe das Gefühl, dass gerade etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Plötzlich öffnete sich unsere Tür. Earl Harbinger und Sam Haven standen davor, beide in voller Montur samt Munition und Waffen. Was soll der Radar? fragte Harbinger. Nur ein Albtraum, antwortete ich. Der Betriebsleiter musterte mich mit gerunzelter Stirn. Auch er hatte das sonderbare Gefühl wahrgenommen. Schnappt euch euer Zeug, alle beide. Geht rüber zum Arsenal und legt eure Anzüge an. Wir haben eine Mission. Das freie Wochenende ist abgesagt, sagte Harbinger und hängte sich eine uralte Thompson-Maschinenpistole über die Schulter. Wir müssen ein Schiff erwischen, brummte Sam, während er die Enden seines mächtigen Schnurrbarts zwirbelte. Betrachtet es als Exkursion! Das kleine Boot rollte auf den rauen Wellen, was mir ein wenig Übelkeit und Unbehagen verursachte. Ich hielt mich an der Reling fest, bis meine Knöchel weiß hervortraten. Zumindest war ich sicher, dass es so gewesen wäre, wenn ich sie durch meine Handschuhe hätte sehen können. Ich fühlte mich schon unwohl, seit die Küste verschwunden war. Soweit das Auge reichte, erstreckte sich der Ozean. Kurz bevor wir in See gestochen waren, war die Sonne aufgegangen und warf nun ein goldenes Licht über die blauen Weiten. Hätte ich mich nicht mental darauf vorbereitet, in die Schlacht zu ziehen, ich hätte den Anblick bestimmt als atemberaubend empfunden. Abgesehen von einigen kurzen Ausflügen auf Touristenbooten an der Küste Kaliforniens war ich noch nie richtig auf dem Meer gewesen. Einige der Inselahnen meines Vaters hätten sich darüber zweifellos lustig gemacht. Auf dem Boot namens Brilliant Mistake, das Habinger gechartert hatte, um uns zu unserem Ziel zu bringen, befanden sich zehn Jäger. Ich betrachtete den Namen des Gefährts nicht als gutes Omen, doch sobald der Kapitän ein dickes Bündel Bargeld erhalten hatte, versicherte er uns, dass sich der Name auf eines seiner Lieblingslieder bezog, nicht auf einen Makel seines Bootes oder der Besatzung. Mir gefiel er trotzdem nicht. Der Kahn war ein rostiges altes Ding, aber er war verfügbar gewesen, und besser noch, die Besatzung sah nicht so aus, als redete sie viel. Wir hatten uns vor Mitternacht auf dem Gelände versammelt, beladen mit allerlei Ausrüstung und Waffen. Die meisten von uns waren in MHIs Frachtflugzeug gestiegen, eine alte, aber betriebstaugliche frühere Maschine der US Post. Sie sah nicht besonders beeindruckend aus, aber sie erfüllte ihren Zweck und konnte eine Tonne an Ausrüstung befördern. Zuerst waren wir zu einem kleinen Landeplatz außerhalb von Atlanta geflogen, wo wir ein anderes Jägerteam abholten. Dann steuerten wir unser eigentliches Ziel an, einen weiteren kleinen Flughafen an der Küste von Georgia. Der Rest von uns hatte den langsameren, aber für diese Mission notwendigen Helikopter genommen und war in Georgia zu uns gestoßen, während Habinger uns ein Boot besorgte. Die Teamleiter hatten den Flug damit verbracht, sich Grafiken einzuprägen, die uns per E-Mail von einer französischen Werft geschickt worden waren. In Georgia wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die größere ging im Schutz der Dunkelheit an Bord der Brilliant Mistake, die kleinere nahm den Helikopter. Der Plan sah vor, dass die Lufttruppe zu unserem Ziel fliegen und es sich gründlich ansehen sollte, um anschließend einige Jäger auf dem Schiff abzusetzen. Diese Einheit würde eine Strickleiter anbringen, damit der Rest von uns hinaufklettern konnte, während der Helikopter bei Bedarf für Feuerschutz sorgen sollte. Sowohl er als auch das Boot würden für den Fall in der Nähe bleiben, dass wir eine schnelle Fluchtmöglichkeit brauchten. Klang recht einfach. Meine Aufgabe bestand darin, genau das zu tun, was mir die klugen Leute unseres Teams sagten und jede Menge Reservemunition zu schleppen. Trip stand neben mir an der Reling. Im Gegensatz zu mir wirkte er nicht im geringsten See krank, sondern schien die Fahrt eher zu genießen. Er stammte von jamaikanischen Fischern ab. Offenbar hatte er deutlich mehr Gene von seinen seefahrenden Ahnen abbekommen als ich. Ich hatte ihm von meinem Traum erzählt. Ich habe immer noch Albträume. Ich glaube, so geht es den meisten von uns, sagte er zu mir. Ich wusste, dass einige der Zombies, die zu vernichten er gezwungen war, Freunde und ehemalige Schüler von ihm gewesen waren. So etwas lastet zwangsläufig schwer auf der Seele. Gestern Nacht hat etwas Seltsames in der Luft gelegen. Aber ich habe die Besprechung der Ausbilder gehört. Ich wusste von dieser Mission, bevor sie zu uns gekommen sind. Erklär mir das. Er zuckte mit den Schultern. Du weißt ja, wie es ist, wenn man verwirrt aufwacht. Die Chemie des Gehirns ist völlig durcheinander. Das Unterbewusstsein füllt in so einem Fall einfach die Lücken. Wir haben unmittelbar nach deinem Traum von diesem Einsatz erfahren. Scheint mir nur logisch zu sein. Mir scheint, wenn du Logik willst, hast du dir eindeutig die falsche Laufbahn ausgesucht. Er ignorierte meine Bemerkung. Und sechs Meistervampire, die zusammenarbeiten? Auch so etwas dürfte es nicht geben. Sieben, berichtigte ich ihn. Den auf dem Boot mit den scharfen Zügen konnte ich nicht vergessen. Den, der den alten Mann so in Angst und Rage versetzt hatte. Egal, das ist nie geschehen. Meistervampire sind zu mächtig und haben ein zu ausgeprägtes Territorialverhalten. Laut Harbinger gibt es auf der ganzen Welt wahrscheinlich nicht so viele Meister. Und überhaupt, woher weißt du, dass sie so mächtig waren. Aussehen tun alle Vampire gleich. Das stimmte. Uns war beigebracht worden, dass alle Vampire ziemlich menschlich aussahen, sofern man sie nicht gerade bei der Nahrungsaufnahme ertappte. Ich weiß nicht, woher ich es wusste. War einfach so. Und da waren riesige geflügelte Monster. Nur konnte ich die nicht gut erkennen. Aber das andere Ding, dieses Wesen auf dem Boot, das war das Beängstigendste. Ich meine, es war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Nervös überprüfte ich zum wohl zwanzigsten Mal meine Remington 870. Sie war noch da. Hör auf dir, den Kopf über deinen Traum zu zerbrechen, Mann. Wir haben hier eine handfeste Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren müssen. Setzen wir unsere Kampfgesichter auf. Er rempelte mich heftig in den Arm. Verdammter Footballspieler. Sam Haven ließ uns am Heck des Boots für Instruktionen antreten, abseits der Ohren der Besatzung, die bestimmt ziemlich neugierig war, was zehn Fremde in gepanzerten Anzügen und mit Waffen auf ihrem Kran wollten. Zu unserem Glück wurden 15.000 Dollar in bar für einen Tag Arbeit als genug Geld betrachtet, um sich mit einer Menge Verschobenheit abzufinden. Natürlich hatte es nur die Hälfte im Voraus gegeben. Die andere würde erst fällig, nachdem wir wieder abgeholt wurden. Da wir das Wasserteam verkörperten, hatte Habinger unserem ehemaligen Navy-Soldaten die Leitung übertragen. Deshalb gebärdete sich Sam noch lauter als sonst. Er und Milo befanden sich bei uns auf dem Boot, der Rest ihres Teams flog mit dem Helikopter. Auch einer der Frischlinge Chuck Mead, ein ehemaliger Army-Ranger, war dort oben. Er konnte klettern, was für diese Mission eine praktische Fähigkeit darstellte. Wir hören, Leute, es geht um Folgendes, begann Sam, um uns zu unterweisen, während er methodisch die Munition aus seinem Gewehr holte, jede einzelne Patrone überprüfte und wieder einlegte. »Vor einigen Stunden wurden wir von der französischen Firma kontaktiert, der dieser Frachter gehört. Er war mit einer extrem wertvollen Ladung unterwegs in die USA. Vor einer Woche brach die Verbindung mit dem Schiff auf dem Atlantik ab. Der letzte Funkverkehr lässt auf ein übernatürliches Problem schließen.« »Was wurde dabei gesagt?«, fragte einer der Jäger aus Atlanta, den ich noch nicht kennengelernt hatte. »Unbekannt. Vorwiegend Kauderwelsch. Es wurden zwar Monster erwähnt, nicht jedoch welche Art. Aber es war eine erfahrene Besatzung, daher dürfte sie wohl kaum etwas Dummes getan haben.« Sam's persönliche Waffe empfand ich als äußerst merkwürdige Wahl. Es handelte sich um einen Marlin 4570 unter Hebelrepetierer. Sehr langsam beim Nachladen, geringe Kapazität, niedrige Feuerrate. Aber wie er gemeint hatte, als wir an Bord gingen, die 450-Grain-Hartgusspatronen, mit denen er schoss, konnten einen Büffel der Länge nach durchschlagen, was ziemlich tröstlich sein würde, falls der Frachter von militanten, bösen Bisons gekapert worden war. »Wie lautet der Name des Schiffs?«, wollte jemand wissen. Sam zuckte mit den Schultern. »Irgendwas Französisches. Kein Schimmer.« »Warum wurden wir kontaktiert? Die Froschfresser hassen es, amerikanische Jäger zu engagieren.« Das kam von dem Mann namens Boone. Er verkörperte den Anführer des anderen Teams und soweit ich es bisher beobachten konnte, war er ein abgebrühter Profi. Unterwegs hatte ich erfahren, dass er erst unlängst aus dem aktiven Dienst bei einer Spezialeinheit der Army in Afghanistan ausgeschieden war und unbedingt zurück ins Jagdgeschäft wollte, als MHI den Betrieb wieder aufnahm. Boone war ein schlanker, gutmütiger Kerl und sein Team war bereit, ihm überall hin zu folgen. Ich betrachtete das als gutes Zeichen. Um seine Brust hing eine kompakte russische Kringkopf. Das Logo seines Teams war anscheinend ein Zwergkaninchen mit einem Springmesser. »Wir waren nicht Ihre erste Wahl. Am Tag nach dem Abbruch der Funkverbindung wurde ein französisches Team als Eingreiftruppe geschickt. Die Männer flogen zu dem Frachter raus und laut der letzten Übertragung landeten sie dort und begannen gerade, das Schiff zu überprüfen. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört.« »Toll«, brummte Boone. »Warte, es kommt noch besser«, warf Milo Anderson ein. »Der Anführer des französischen Teams war Jean Darnay.« Einige der erfahrenen Jäger murmelten bestürzt bei sich. Boone fluchte. »Wer ist dieser Darnay? Und warum ist das schlimm?«, fragte ich. »Er war der Beste, den sie hatten. Wahrscheinlich der beste Teamführer in ganz Europa. Man kann davon ausgehen, dass die Franzosen nicht geschlampt haben. Was immer sich auf diesem Schiff befindet, ist scheißgefährlich«, erklärte einer der erfahrenen Jäger, ein südafrikanischer Immigrant namens Priest. »Wir gehen entschlossen und schnell vor.« Sam betätigte den Repetierhebel seiner Marlin und lud eine Patrone in die Kammer. »Da wir nicht wissen, was sich auf dem Frachter befindet, sind wir auf alles vorbereitet. Alle haben etwas dabei, das Silber schießt und wenn es nur eure Pistole ist. Wir haben jede erdenkliche Spezialmunition für die Schrotflinten. Big Fifties, Panzerbüchsen, Flammenwerfer, Termitbomben, C4. Irgendwo hier habe ich sogar eine Kettensäge. Der Helikopter bleibt in der Luft und sorgt für Feuerschutz, falls wir abhauen müssen.« »Missionsparameter«, erkundigte sich Boone. »Beschädigt nicht die Ladung. Die befindet sich im Frachtraum. Anscheinend handelt es sich um unschätzbare Kunst oder so einen Scheiß. Also keine Einschusslöcher und kein Feuer im Frachtraum. Auf dem Rest des Schiffs ist alles erlaubt. Wenn wir französische Jäger retten können, dann tun wir es. Und versenkt das Schiff nicht.« »Wie viel ist der Auftrag wert?« Wieder kam die Frage von Boone. »Julie hat ihn ausverhandelt. Also ist es natürlich ein gutes Geschäft. Eine Million haben wir im Voraus erhalten. Wenn die Ladung unbeschädigt bleibt, bekommt MHI weitere 3,5 Millionen. Je mehr davon beschädigt wird, desto weniger kriegen wir. Wenn wir das Schiff versenken, bekommen wir gar nichts. Also tun wir das besser nicht.« Wir gingen weiter die Einzelheiten durch. Neben 30 Mann Besatzung hatten sich eine zehnköpfige Wachmannschaft für die Ladung sowie ein Dutzend französische Jäger auf dem Schiff aufgehalten. Falls wir es mit einer untoten Plage zu tun hatten, gab es daher über 50 potenzielle Feinde, ohne das, was die Infektion ausgelöst hatte. Die Jäger stellten Mutmaßungen darüber an, was uns erwarten mochte. Genannt wurden unter anderem sonderbare, aber keineswegs unbekannte Kreaturen wie Saugerfin, Fischmenschen und riesige Killerweichtiere. Während wir uns weiter unserem Ziel näherten, versuchten wir, Details zu fixieren und mögliche Probleme zu identifizieren. Zu unserem Glück hatte der Frachter laut Radar vergangenen Nacht angehalten. Er musste also den Anker geworfen haben. Zumindest hielt er nicht mehr auf Land zu, doch das warf auch die Frage auf, was den Anker geworfen hatte. Der Frachter war in nördlicher Richtung unterwegs. Vor zwei Tagen drehte er nach Süden und kreuzte parallel zur Küste. Der GPS-Transponder funktioniert noch, wir wissen also genau, wo er ist, erklärte uns Sam über einem ausgebreiteten Plan des Schiffs. Versucht nicht, von der Leiter zu fallen, wenn wir andocken. Der Sturz würde euch wahrscheinlich nicht umbringen, aber wir dürfen keine Zeit damit vergeuden, euch aus dem Wasser zu fischen. Schließlich konnten wir den Frachter sehen. Es handelte sich um ein riesiges graues Gebilde mit einem hoch aufragenden Aufbau. Es war ein wunderschöner Sommervormittag, trotzdem verspürte ich unwillkürlich einen beklommenen Schauder, als ich das an sich normal wirkende Schiff betrachtete. Aufgrund der Unterweisung wusste ich, dass der gewaltige Kahn knapp 200 Meter lang war und über 15.000 Tonnen Wasser verdrängte. Sam hatte uns versichert, das Schiff sei nicht so groß wie es schien, da der Großteil des Innenraums offene Ladefläche war, trotzdem würde es eine höllische Suche werden. Plötzlich ertönte lautes Gebrüll, als der klobige Helikopter über uns hinwegflog und den Frachter ansteuerte. Wind und salzige Gischt erfassten diejenigen von uns an der Reling. Eine Gestalt hinter einem Geschütz an der Tür winkte uns im Vorbeifliegen zu. »Angeber!« brüllte Milo und winkte zurück. MHIs Helikopter war ein überschüssiger MI-24-Hint. Arbinger hatte ihn nach dem Zusammenbruch des Kommunismus für ein Butterbrot erstanden. Gut möglich, dass es sich um das hässlichste Ding handelte, das je entworfen worden war, aber es galt nicht ohne Grund als fliegender Panzer. Der Hint bot zwar keinerlei Komfort, dafür war er zuverlässig und vielseitig. Die Raketen und Startbehälter fehlten, weil die Regierung den Helikopter mit dieser Bewaffnung nicht im Land zugelassen hätte. Stattdessen waren Lagerfächer für Ausrüstung und zusätzlichen Treibstoff eingebaut worden. Er war groß genug für acht von uns, außerdem konnte er genug Gewicht befördern und hatte genug Treibstoff getankt, um im Notfall das gesamte Team zu evakuieren, solange es uns nicht störte, dass wir uns an der Triebwerksaufhängung festhalten mussten. In seiner kommunistischen Originallackierung hatte der Hint einen so seltsamen Anblick geboten, dass die Firma es vermieden hatte, ihn bei Tageslicht über bevölkertem Gebiet zu verwenden. Einige wenige Flüge hatten zu Meldungen bei den Behörden geführt, dass ein russischer Einmarsch stattfände. Infolgedessen hatte Habinger den Hint weiß und rot lackieren lassen, sodass er nun für gewöhnlich mit einem Rettungs- oder Suchhubschrauber verwechselt wurde. Man hatte sich allerdings die Freiheit genommen, rings um das Cockpit zwei riesige Kiefer mit scharfen Zähnen zu malen. Ich fand das einen netten Einfall. Der Helikopter überflog den Frachter, schwenkte und zog eine weitere Runde. Dann wurde er langsamer, bis er über der Mitte des Schiffs schwebte. Sam Haven stand in meiner Nähe und lauschte aufmerksam seiner Hörkapsel. Wir waren alle auf derselben Frequenz und konnten mithören. Selbst sollten wir nur dann in den Funkverkehr eingreifen, wenn es absolut nötig war. Wir sollten uns lediglich alle fünf Minuten melden, sobald wir uns an Bord des Frachters befanden. Julie Shackleforts Stimme erklang knisternd. Sie war die winkende Schützin an der Tür gewesen. Hier ist Julie. Ich erkenne keinerlei Bewegung. Das Deck sieht sauber aus. Keine Leichen, keine Anzeichen von Schäden. Der Hubschraube der Franzosen steht noch auf dem Landefeld. Unsere Gruppe war so klein, dass wir in unserem sicheren Funknetz einfach unsere Namen benutzten. Helikopter 1, hier Boot 1. Könnt ihr auf die Brücke sehen? Over. Abgesehen von Sam natürlich. Er hatte nicht oft den Befehl und wollte die Gelegenheit nicht vergeuden, korrekten Funkjargon zu verwenden. Der Hint verlagerte langsam seine Position, bis er sich direkt vor dem Aufbau befand. Julie lehnte sich aus der Tür, gesichert mit elastischen, an ihrem Gurtzeug befestigten Seilen. Sie brachte ihr Gewehr in Anschlag und ließ den Blick mithilfe des Zielfernrohrs über die Fenster wandern. »Negativ, Sam. Wir haben ein Geisterschiff.« »Roger«, gab der große Cowboy über Funk zurück. Er stupste Milo in die Rippen und bedachte ihn mit einem von Copenhagen gefärbten Grinsen. »Wusstest du, dass mein zweiter Vorname Roger ist?« »Ja, Sam, wusste ich«, erwiderte Milo. Sam war ein toller Kerl, aber bisweilen ein wenig anstrengend. Als nächstes meldete sich Habingers Stimme. »Packen wir's. Der Bereich vorne ist sauber. Wir seilen uns ab und sichern die Umgebung. Dann lassen wir die Leiter runter. Vorne links.« »Helikopter eins, hier Boot eins. Das heißt Bug, verdammt nochmal. Und links ist Backbord. Vorne ist der Bug, hinten das Heck. Over«, erwiderte Sam fassungslos. »Roger, vorne links also. Wir lassen die Leiter in der Nähe der Ankerkette runter. Wenn uns nichts angreift, bringen wir anschließend eine zweite Leiter an. Gebt uns Bescheid, sobald ihr in Position seid«, gab Habinger zurück. »Bedammte arme Idioten!« »Ne, wie Trottel«, sagte Boone und zeigte Sam den Vogel. Der Cowboy grinste und spuckte einen großen Pfropfen Kautabak auf das Deck. Der Kapitän erhielt Anweisungen und steuerte die Brilliant Mistake in Position. Orangefarbene Stoßfänger wurden über die Seite gelassen, um uns vor dem wesentlich größeren Schiff zu schützen. Zum Glück herrschte relativ ruhige See, zumindest versicherte man mir das. Ich hatte trotzdem Mühe aufzustehen, ohne mich an irgendetwas festzuhalten. Das Deck war rutschig, die stahlgraue Wand, die sich uns näherte, ziemlich ehrfurchtgebietend. Ich freute mich keineswegs darauf, mit 20 Kilo Ausrüstung am Leib eine nasse Strickleiter zu erklimmen, aber es hätte viel schlimmer sein können. Der Frachter hätte in Bewegung oder die Wellen hätten viel höher sein können. Sam hatte uns erzählt, dass die Jäger, bevor MHI einen Helikopter hatte, die Ankerketten hinaufgeklettert waren, um an Bord eines Schiffs zu gehen. »Helikopter 1, hier Boot 1. Wir sind in einer Minute in Position. Over.« »Roger, wir gehen gerade runter.« Vom Boot aus konnten wir die fünf Jäger im Hint nicht sehen, die sich auf das Deck abseilten. Langsam dockte unser Kahn an. Wir warteten mit angehaltenem Atem. Durch den Lärm unseres eigenen Motors und den des Helikopters sowie das Rauschen der Wellen war nichts anderes zu hören. Unser einziger Hinweis auf Erfolg bestand darin, dass eine Strickleiter zu uns herabsauste, die laut klapperte, als sie sich den Rumpf des Frachters entlang aufrollte. Sam sprang darauf zu, ergriff sie und zog kräftig daran. Zufrieden nickend wandte er sich uns zu und deutete mit dem Finger nach oben. Milo ging voraus. Als begeisterter Hobby-Bergsteiger war er der beste Kletterer von uns. Der kleinere Mann packte die Sprossen und zog sich mühelos daran hoch. Mit seinem langen roten Bart und gespickt mit Schusswaffen und Messern erinnerte er mich an einen Piraten. Als nächster war Sam an der Reihe. Obwohl er aufgrund seines stämmigen Körperbaus weniger anmutig als sein Vorgänger wirkte, besaß er am meisten Erfahrung bei solchen Dingen und erwies sich als bemerkenswert schnell. Eine zweite Leiter fiel herab und Boones Team begann ebenfalls zu klettern. Die Frischlinge sollten als letzte gehen, außer Holly Newcastle. Sie war zu Unterstützungsdienst eingeteilt worden, was bedeutete, dass sie auf der Brilliant Mistake bleiben musste, um spezielle Ausrüstung nach oben zu schicken, die auf dem Boot verblieb und gegebenenfalls benötigt wurde. Wir würden ein Seil zu ihr herablassen, an dem sie das jeweilige Teil festbinden sollte. Sie würde also bleiben, wo es am sichersten war, und das gefiel ihr kein Stück. Tatsächlich fühlte sie sich zutiefst beleidigt. Das ist scheiße, sagte sie, während ich an der Strickleiter wartete, bis ich an die Reihe kam. Ich war extrem nervös, versuchte jedoch, es mir nicht anmerken zu lassen. Es ist eine wichtige Aufgabe, irgendjemand muss sie übernehmen, gab ich zurück. Wir wissen nicht, was sich auf diesem Ding befindet, und wir können nicht das ganze Zeug mit draufschleppen. Wer weiß, was wir noch alles brauchen werden. Leck mich, Seth, erwiderte sie. Darauf werde ich wohl später zurückkommen müssen, aber danke. Sich zu unterhalten tat gut. Es lenkte mich von Gedanken daran ab, was ich in etwa einer halben Minute würde tun müssen. Du weißt schon, was ich meine. Ich sollte da oben bei euch sein. Ich bin dem gewachsen. Das weiß ich. Keine Sorge, du bekommst deine Chance schon noch. Hey, Trip, Lee und ich bewachen auch nur den Fluchtweg. Das ist alles andere als heldenhaft. Ist so egal, bezahlt werden wir trotzdem, brüllte Trip über den Lärm. Er war dran. Lee befand sich bereits auf halbem Weg die erste Leiter hinauf. Mein Freund stieß einen lauten Schlachtruf aus und begann zu klettern. Ich war an der Reihe. Lee war schon fast über dem Bug. Es schienen mir um die acht Meter nach oben zu sein. Ich würde von der Seite eines Schiffs baumeln. An einer rutschigen Strickleiter. Über dem offenen Meer. Toll. Ich vergewisserte mich, dass ich mein Zwölfer-Kaliber ordentlich gesichert hatte und dass sämtliche Taschen an meinem Gurtzeug geschlossen waren. Es ging los. Als ich die Leiter ergriff, wurde mir klar, dass ich meine Laufbahn als professioneller Monsterjäger in diesem Augenblick startete. Ich war bereit. Ich hatte mich von meinen Verletzungen erholt und härter gearbeitet als seit Jahren. Körperlich war ich in hervorragender Verfassung. Ich mochte verängstigt und nervös sein, trotzdem freute ich mich auf diesen Einsatz. Jetzt ist es soweit. Ich sollte die Leiter als Letzter erklimmen, weil ich der Schwerste war. Vermutlich auch der Stärkste. Aber ich hatte viel mehr Gewicht zu schleppen als die anderen. Man sieht nicht ohne Grund, nicht allzu viele massige, muskelbepackte Bergsteiger. Die Leiter erwies sich als so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Zudem hatte ich Mühe, meine großen Stiefel auf die schmalen Sprossen zu stellen, ohne sie zu verdrehen. Eine plötzliche Welle brandete gegen den Frachter und spritzte mir kaltes Meerwasser ins Gesicht. Ich spuckte aus und kletterte weiter. Als ich die Hälfte zurückgelegt hatte, spürte ich, wie meine Arm- und Wadenmuskeln brannten. Ich passierte ein kleines Bullauge, das jedoch von innen abgedunkelt war. Ich konzentrierte mich auf den grau lackierten, nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernten Rumpf und zog mich hoch, so schnell ich konnte. Über mir hatte Funkverkehr eingesetzt, da die Teams bereits in Position gingen. Die anderen warteten auf mich und ich würde sie nicht im Stich lassen. Ein riesiger, gemalter Buchstabe A tauchte allmählich auf, als ich mich nach oben kämpfte. Ich erstarrte, blinzelte, schnappte je nach Luft und wäre beinahe ins Meer abgestürzt. In schwarzen Blockbuchstaben stand direkt vor meinem Gesicht der Name des Schiffs. Antoine Henri. Heilige Scheiße, stieß ich hervor. Aus unserem Annäherungswinkel hatte ich den Namen nicht sehen können, und als wir uns unmittelbar darunter befanden, war ich zu beschäftigt gewesen, um ihn zu bemerken. Jedenfalls war es derselbe Name wie auf dem Beiboot des Bösen in meinem Traum. Ich versuchte, nicht in Panik zu geraten und aktivierte mein Mikrofon. Hier ist Pitt. Ich muss sofort mit Habinger reden. Pitt, was ist los? ertönte knisternd die Antwort in meinem Ohr. Wir müssen von diesem Schiff runter, und zwar schnell. Wie bitte? Warum? An Bord sind sieben Meistervampire, einige riesige, geflügelte Monster und ein superböses, gepanzertes Ding. Zumindest waren sie hier. Ich glaube, sie könnten vergangene Nacht an Land gegangen sein. Woher weißt du das? fragte eine belustigte Stimme. Grant Jefferson. Ich habe es letzte Nacht geträumt. Ich habe sie gesehen. Mir war klar, dass mir alle zuhörten. Jemand lachte mich über das Funknetz aus. Er hat auf der Leiter Panik bekommen, der große Trottel. Ich hab's euch ja gesagt, Leute. Pitt, geh und setz dich ins Boot, befahl Grant. Grant, du dämlicher Mistkerl, halt die Klappe und hör zu. Ich habe den Namen des Schiffs in meinem Traum gesehen. Die Monster sind in einem Beiboot mit dem Namen Antoine Henri darauf an Land gegangen. Im Funknetz herrschte Stille. Ich hing an der Leiter. Sechs Meter unter mir starrte Holly ungläubig zu mir herauf. Anderthalb Meter über mir machten sich die versammelten Jäger entweder über mich lustig oder ließen sich, offentlich, durch den Kopf gehen, was ich gesagt hatte. Die Buchstaben auf dem Geisterschiff schienen mich zu verhöhnen. Schließlich ertönte wieder Harbingers Stimme. Pitt, schwing deinen Arsch hier rauf. So schnell ich konnte, kletterte ich weiter, kämpfte mich über die Reling, rutschte aus und landete ausgestreckt auf dem Deck. Ich sprang auf die Beine und hielt nach Harbinger Ausschau. Die Jäger waren ausgeschwärmt, nutzten als Deckung, was immer zur Verfügung stand, und sicherten den vorderen Bereich des Schiffs. Über uns lärmte der Hint und blies uns Wind entgegen. Was ist los? fragte Harbinger. Er hielt seine Thompson-Maschinenpistole in den Händen. In seinen Augen stand Mordlust. Wütend starrte er zum Helikopter und vollführte mit einem Finger eine Drehbewegung. Julie befand sich immer noch an der Tür. Sie streckte den Daumen hoch und brüllte dem Piloten etwas zu. Der Hubschrauber entfernte sich ein Stück, sodass wir uns unterhalten konnten. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Ich habe gesehen, wie ihr über diese Mission gesprochen habt. Ihr habt ausgewählt, welche Frischlinge mitkommen sollen. Dann sah ich ein Beiboot an einem kleinen Strand in der Nähe eines Sumpfs an Land gehen. Auf dem Boot stand der Name Antoine Henri. An Bord waren sieben Meistervampire und irgendein dunkles, böses Ding, das einen Umhang und eine Rüstung trug. Die Vampire nahmen Befehle von der Kreatur entgegen, dann sah es uns, und wir wurden von geflügelten, dämonenartig aussehenden Viechern angegriffen. Danach bin ich aufgewacht. Der Betriebsleiter musterte mich eindringlich. Ich vermochte nicht zu erahnen, was er dachte. Mehrere andere Jäger spähten nervös in unsere Richtung. Diese Unterbrechung kostete sie wertvolles Tageslicht. Schließlich betätigte Habinger sein Halsmikrofon. »Julie, umfliegt das Schiff nochmal. Haltet nach fehlenden Beiboten Ausschau!« »Verstanden, Earl!«, knisterte es in meinem Ohr. Der Hint setzte sich jäh in Bewegung und hielt mit gesenkter Schnauze auf das Heck des Frachters zu. Habinger beobachtete weiterhin mich. Ich nahm meine 870 in die Hände und betrachtete das Deck. Wir hatten 13 bis an die Zähne bewaffnete Jäger und Julie mit einem Scharfschützengewehr über uns. Trotzdem fühlte ich mich alles andere als sicher. Sam und Grant verließen ihre Posten und kamen zu uns herüber. »Was zum Geier ist los?«, verlangte Grant zu erfahren. Sein schwarzer Panzeranzug schimmerte immer noch frisch poliert, war beim Abseilen nicht im geringsten schmutzig geworden. Seine persönliche Waffe war ein extrem teurer, modifizierter Knights SR-25, 308 Karabiner mit Schalldämpfer. »Wir haben keine Zeit für diesen Unfug, Habinger. Schick ihn zurück ins Boot. Pit kommt mit der Situation nicht klar und dreht durch.« »Halt's Maul, Grant«, herrschte ich ihn an. Habinger hob die Hand und brachte uns beide zum Schweigen. Julie meldete sich über Funk zurück. »Ich glaube, es waren nie Beibote montiert. Sieht so aus, als hätten die dafür aufblasbare Boote.« Statik verzerrte ihre Stimme. Mein Mut sank. Grant lachte über mich. Habinger runzelte die Stirn. Sam spuckte Kautabak über die Reling. Plötzlich kam ich mir ungemein albern vor. Vielleicht war es wirklich nur ein sonderbarer Zufall gewesen, der meinem Unterbewusstsein entsprungen war. »Unmöglich.« »Du hast mich bemerkt. Bei der Besprechung vergangene Nacht. Irgendwie hast du mich gespürt. Ich dachte etwas und habe dich damit überrascht. Ich war in der Ecke des Konferenzraums«, sagte ich verzweifelt zu Habinger. »Dann verschwand ich. Das war der Zeitpunkt, als die Monster an Land gingen. Als dieses Ding den Boden berührte, hatte jeder so ein merkwürdiges Gefühl.« Wie bereits erwähnt, war Habinger kein Mann, mit dem ich gerne Poker gespielt hätte. Normalerweise zeigte er keinerlei Emotionen, aber in diesem Augenblick waren sie so einfach zu erkennen, wie der Name auf der Seite dieses verfluchten Schiffs. Sein Mund klappte auf, seine Augen weiteten sich. »Wie um alles in der Welt.« Mitten im Satz wurde er unterbrochen, als sich Julie erneut meldete. »Earl, ich nehme zurück, was ich gerade gesagt habe. Anscheinend gab es hier doch ein Motorboot oder etwas in der Art. In der Nähe des Hecks ist ein Flaschenzug. Sieht so aus, als wäre er benutzt worden, um etwas zu Wasser zu lassen. Er ist leer und die Kabelschleifen im Wasser. Ich wiederhole, er ist leer und die Kabelschleifen im Wasser. Es muss ein Boot daran befestigt gewesen sein, aber das ist weg.« »Danke, Julie. Halt die Augen weiter offen,« erwiderte Habinger, löste die Hand vom Mikrofonknopf, überlegte es sich anders und drückte ihn noch einmal. »Buhn, komm hier rüber. Wir müssen etwas besprechen.« Sam umklammerte wachsam seine 45-70. »Unmöglich, Earl. Sieben, Meister? Das hört sich nicht richtig an. Meister arbeiten nicht zusammen. Haben sie noch nie getan.« »Seid ihr alle verrückt? Der Neue ist durchgeknallt, er muss...« »Grant, zurück auf deinen Posten,« fiel Habinger ihm ins Wort. »Aber ich sofort,« herrschte ihn der Betriebsleiter an. Zornig fügte sich Grant. Boone gesellte sich mit besorgter Mine zu uns. Habinger klärte ihn kurz auf. »Julie hatte mir gesagt, dass Habinger älter war, als er aussah, aber im Augenblick schien er direkt vor uns, um ein Jahrzehnt gealtert zu sein. Boone sah uns an, als hätten wir den Verstand verloren.« »Bist du Hellseher, oder was?« »Nicht, dass ich wüsste, ich bin Buchprüfer.« »Wir haben schon Seltsameres erlebt, Boone,« meinte Habinger. »Vergiss nicht, wir müssen aufgeschlossen für alles sein.« »Schon klar, aber das ist selbst für unsere Begriffe abwegig,« erwiderte Boone. Dann warnte er sich mir zu und fragte, »Na schön, Großer, woher wusstest du, dass es Meister sind?« »Keine Ahnung, ich wusste es einfach, aber sie haben wie eine militärische Einheit zusammengearbeitet.« »Komm schon, Earl, das ist unmöglich. Würden Vampire zusammenarbeiten, hätten sie längst die Welt erobern können. Außerdem liegt der letzte bestätigte Bericht über einen Meister zwanzig Jahre zurück.« »Ihr dreißig. Ich weiß. Immerhin war ich es, der ihn getötet hat,« antwortete Habinger. »Aber mit etwas hat Pitt recht.« »Mich hat vergangenen Nacht tatsächlich etwas überrascht. Ich konnte zwar nichts sehen, aber irgendetwas war bei uns im Konferenzraum. Wie sonst sollte er davon wissen?« Wir vier zuckten zusammen, als ich über Funk eine Stimme zu Wort meldete. »Hier ist Priest. Ob ihr's glaubt oder nicht, ich habe hier Lebenszeichen. Jemand muss unsere Ankunft gehört haben.« »Was für Zeichen?« gab Boone zurück. »Hört zu. Ich halte mein Mikrofon hin. Es kommt über eine Rohrleitung.« Alle Jäger auf dem Schiff lauschten aufmerksam. Es hörte sich an wie ein scheinbar willkürliches Klicken, das sich unablässig wiederholte. Ich wurde nicht sofort daraus schlau. Sam erkannte es als erster. »Mosecode«, er übersetzte. »SOS. Gefangen. Leerzeichen. Leerzeichen. Maschinenraum. Leerzeichen. Darne. Leerzeichen. SOS.« »Priest, schick eine Botschaft zurück«, befahl Habinger. »Geht nicht, Boss. Ich kann nicht morsen.« »Bin schon dabei, Irr«, ergriff Sam das Wort und eilte in Priests Richtung los. Habinger sagte über Funk. »Aufpassen, Leute. Die Missionsparameter haben sich geändert. Ab sofort ist das ein Rettungseinsatz.« Er ließ den Mikrofonknopf los. »Boone, hol deine Leute zusammen. Säubern wir dieses Schiff.« »Wird nicht das erste Mal sein, dass Amerikaner Franzosen gerettet haben?« rief der Sondereinsatztruppenveteranen über Schulter zurück, als er zu seinem Team loslief. Ich wartete darauf, dass sich mein Boss wieder an mich wandte. Was ihm durch den Kopf ging, ließ sich nicht erahnen. »Pitt?« »Ja, Sir?« »Lass den Sir scheiß. Fällt dir noch etwas aus deinem Traum ein, das hilfreich sein könnte?« »Eigentlich nicht.« »Wenn der Traum stimmt, dann sind die wirklich üblen Kerle bereits ausgestiegen.« »Also glaubst du mir?« Er beantwortete meine Frage nicht direkt. Stattdessen sagte er über Funk, »Holli, schick jeden Pflock rauf, den wir haben. Wir müssen ein paar Vampire erledigen.« »Ist das ein Ja?«, hakte ich nach. »Komm mit, wir vergeuden Tageslicht. Niemand hat je einen Meister bei Dunkelheit getötet.« Vampire gehören zu den gefährlichsten Gattungen von Untoten. Sie sind brutal, schnell und gerissen. Kein Jäger der Welt nimmt es leichtfertig mit einem Vampir auf. Ihre Fähigkeiten schwanken stark. Die schwächsten sind nur supergefährlich, während Meister praktisch unbesiegbar sind, perfekte Killermaschinen. Zu unserem Leidwesen verhielt es sich so, dass jeder, der starb, während sich ein Vampir von ihm ernährte, in den folgenden Nächten selbst als Vampir wiederauferstehen konnte. Unter Umständen hatten wir es auf dem Frachter also mit rund 50 wütenden Blutsaugern zu tun. Zu unserem Glück neigten neu geschaffene Vampire dazu, verwirrt und desorientiert zu sein. Je länger eine solche Kreatur existierte und je mehr Blut sie zu sich genommen hatte, desto stärker wurde sie. Wiederum stellten Literatur und Filme die Dinge teilweise richtig da. Vampire sind Geschöpfe der Nacht. Indirekt einwirkendes Sonnenlicht kann sie verbrennen. Direktes Sonnenlicht bringt sie um. Ihre Zellen regenerieren sich schlagartig, aber ein Pflock durchs Herz lähmt ihren hochentwickelten Kreislauf und setzt sie lange genug außer Gefecht, um ihnen den Kopf abzutrennen. Selbst in unserem Geschäftszweig gibt es nicht allzu viele Wesen, die überleben können, wenn die Gehirnstübchen vom Körper entfernt werden. Heilige Symbole wie Kreuze und Weihwasser zeigen fallweise Wirkung, hängen jedoch stark vom persönlichen Glauben dessen ab, der sie einsetzt. Die meisten Jäger ziehen Gewalt dem Glauben vor. In dieser Hinsicht sind wir wie Fußballfans. Daran richtete ich mich ein wenig auf, als ich eine Kiste mit Splittergranaten von der Brilliant Mistake heraufhievte. Vampire konnten zerstört werden, und wir verfügten über die Mittel dafür. Grunzen stellte ich die schwere Truhe auf dem Deck ab, löste das Seil und warf es zurück über die Schiffsseite. Holly wartete unten auf unsere nächste Anforderung. Trip und Lee standen in der Nähe und hielten die Augen nach etwaigen Bedrohungen offen. Wir hatten Sicherheitsdienst. Julie überwachte das Geschehen nach wie vor vom Hint aus. Die anderen zehn Jäger hatten sich in zwei Vorstoßteams aufgeteilt und arbeiteten sich langsam zum Maschinenraum vor. »Ihr Habinger, haben immer noch nichts gesehen.« »Bunsteam, alles klar, wachsam bleiben.« Wir hatten über die Rohrleitung eine kodierte Botschaft geschickt. Der französische Jäger hatte zurückgemeldet, dass der Großteil seines Teams von Vampiren ausgeschaltet worden war. Der Rest hatte sich in einem Schott abgekapselt, hatte keine Munition mehr und versteckte sich. »Fischlingsteam, auf dem Deck alles klar.« Mit meiner Remington in der Hand ließ ich den Blick umherwandern. Abgesehen von der französischen Flagge, die in der Brise wehte, rührte sich nichts. Da wir in grellem Tageslicht standen und es mit Kreaturen zu tun hatten, die in Flammen aufgehen würden, wenn sie zu viel Sonne abbekämen, konnten wir Frischlinge wenig anderes tun, als eine Umgebung im Auge zu behalten, in der sich nichts tun würde. Der Hint kreiste träge über uns. »Wieso darf Chuck mit reingehen, während wir hier draußen bleiben müssen?«, beschwerte sich Albert Lee. Er war ein Mann von kleiner Statur und asiatischer Abstammung. Früher war er Bibliothekar gewesen, bevor sich eine Kolonie von riesigen Mutantenspinnen in seinen Archiven einnistete und seiner Kundschaft die Körperflüssigkeiten auszusaugen begann. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Bibliothekar jedoch schlug er sich beim Militär durchs College und war Sprengstoffexperte beim Marine Corps. Dank Dieselkraftstoff und Ammoniumnitratdünger fand sein Riesenspinnenproblem eine feurige Lösung. Leider brannte dabei auch die Bibliothek nieder. Albert war ein kluger Kopf, und anders als viele der Frischlinge hatte er bereits gewusst, welches Ende einer Schusswaffe das Gefährliche war. Ich war froh, dass Habinger ihn dafür ausgewählt hatte, die Mission zu begleiten. »Chuck hat mehr NKA«, erwiderte ich. NKA stand für Nahkampfausbildung, und Miet hatte aus seinen Tagen bei den Rangers wesentlich mehr Erfahrung darin als der Rest von uns Frischlingen. Lee schüttelte nur den Kopf und wir warteten weiter. Abgesehen von den regelmäßigen Prüfmeldungen über Funk verstrich die Zeit langsam. Die beiden Sturmteams näherten sich dem Maschinenraum von verschiedenen Gängen aus. »Hier Habinger. Die Kombüse ist verlassen. Eimerweise Blut auf dem Boden. Hier hat ein Kampf stattgefunden.« »Julie hier. Das Deck ist sauber.« »Fischlingsteam, alles klar hier oben«, sagte ich. »Hier das Unterstützungsteam. Ich habe hier dämliche Matrosen, die mich anzubaggern versuchen. Außerdem stinkt es auf diesem verfluchten Kahn nach Fischgedärmen«, meldete Holly. Ich überprüfte abermals meine Waffe. Die 870 verfügte über einen 18-Zoll-Lauf und eine Magazinerweiterung um zwei Patronen, sodass ich insgesamt sieben Schuss mit der Flinte hatte. Sie gehörte zu meinen Lieblingswaffen. Ich besaß das gute Stück schon, seit ich 15 war. Den Vorderschaft hatte ich durch eine Surefire Hochleistungslampe ersetzt. Auf die Schiene hatte ich ein nachtleuchtendes XS Perlkorn montiert. Außerdem hatte ich seitlich einen Patronenhalter für sechs Patronen angebracht, am Schaft eine Nylonmanschette für sechs weitere. Mein Gurtzeug war schwer mit weiterer Munition beladen. Silberschrot, Silberkugeln, Nadelgeschosse, Panzerbrechende Munition, Schrotmunition mit integrierter Schalldämpfung, Milos spezielle Sprengladungen und sogar einige Penguin-Tränengaspatronen. Ich hatte mir einfach so gut wie alles angeschnallt. Auch meine Handfeuerwaffe war eine alte Freundin. Bei MHI durften Jäger ihr Zeug nach Belieben modifizieren und jede Handfeuerwaffe war gestattet, solange es sich um ein Kaliber 45 handelte, bei dem unsere speziellen Silberkugeln zuverlässig funktionierten. Meine Pistole war eine Kimber BUL 1911 mit Polymergriffstück und Doppelreihigem Magazin, mit der ich jahrelang an Three-Gun-Wettbewerben teilgenommen hatte. Die fetten Magazine fassten 14 Patronen Kaliber 45. Sechs hatte ich in Reserve an meinem Gürtel. Ich hatte die Waffe mit einem riesigen Ashley Express Tritium-Visier versehen, womit ein wenig Präzision für eine Menge Geschwindigkeit geopfert wurde, was mir hervorragend passte. Ich hatte über 10.000 Kugeln durch diese Pistole gejagt und so manche Trophäe mit ihr errungen. An meinem Gurtzeug befanden sich ferner mehrere Granaten, einige angespitzte Pflöcke und verschiedenes Werkzeug. Das gewaltige, an meine Brust geschnallte Messer vervollständigte meine Ausrüstung. Da ich selbst ein großer Kerl bin, hatte ich mir eines der größten Messer aus dem Arsenal genommen. Milo hatte mir erklärt, dass es sich um ein Kukri aus Nepal handle, die Waffe der Wahl der berühmten Gurka-Soldaten. Es war gekrümmter, tödlicher Stahl mit einem breiten, schweren Ende, ausgelegt auf maximale Hiebkraft. Die Version, die ich trug, nannte sich Ganga-Rahm und war länger als mein Unterarm. Falls ich Köpfe abhacken müsste, würde ich keine Probleme haben. Die meisten von uns trugen die leichten Hockey-Helme, da die großen zu klobig für die Enge des Schiffs waren. Ich fühlte mich so bereit, wie ich es je sein würde. Ähnlich hatte ich sonst immer in den Minuten vor einem großen Preiskampf empfunden. Wir alle hatten hart trainiert, sowohl körperlich als auch geistig. Das Team der Frischlinge war bereit, loszulegen. Die anderen waren mit 45er Heckler und Koch Maschinenpistolen bewaffnet. Mich beeindruckten die Dinger nicht besonders und ich hielt die deutsche Technik eigentlich für überbewertet, aber Milo hatte einige Dutzend als Sonderangebot bekommen, deshalb wurden sie an die meisten Frischlinge ausgeteilt, bis diese fachkundig genug wären, sich ihre eigenen Waffen zusammenzustellen. Über Funk kamen wieder Meldungen. Je tiefer die Teams in die Eingeweide des Schiffs vorrückten, desto verzerrter klangen sie. Wir benutzten zwar modernste Kommunikationsausrüstung, aber Stahlplatten setzten Funkquellen nun mal Grenzen. Puhn hier, wir haben Bewegung vor uns, fünf Meter vom Maschinenraum entfernt. Ihr Habinger, Bewegung vor uns. Scheiße, hinter uns ist auch etwas. Mehr Bewegung, sie kommen durch die Roste. Unter dem Boden, sie kommen durch den Boden. Im Hintergrund wurde geschossen. Hinterhalt, das ist ein Hinterhalt! Der Funkverkehr brach ab. Ich konnte nichts mehr hören. Wir standen zu dritt auf dem Deck und starrten einander verwirrt an. Earl? Bitte kommen! Earl! Boone! Kann mich jemand hören? fragte Julie über Funk aus dem kreisenden Helikopter. Sie klang besorgt. Ich schaute auf und sah, wie sie sich die Hand an den Hals hielt. Ihr Scharfschützengewehr baumelte am Riemen. Sie brüllte dem Piloten etwas zu, dann blickte sie zu mir und riss jäh das Gewehr an die Schulter. Frischlingsteam, ihr kriegt Gesellschaft! schrie sie ins Funknetz, als sie direkt an meinem Kopf vorbeischoss. Ich spürte den Überschallknall in meinen Augäpfeln und Trommelfellen, als die Kugel nur wenige Zentimeter an meinem Helm vorbeischnellte. Ich wirbelte herum und sah gerade noch, wie ein hässliches, untotes Gesicht mit einem Loch in der grauen Stirn von der Reling nach hinten fiel. Blutverschmierte Männer in Lumpen kamen über die Seiten und hielten mit ungelenken, aber schnellen Schritten direkt auf uns zu. Keine Zeit für Emotionen, unsere Ausbildung machte sich bemerkbar. Ohne bewussten Gedanken hob ich die Flinte an, entsicherte sie und drückte den Abzug. Ich schleuderte eine Kreatur mit einer vollen Ladung in die Brust auf das Deck. Noch bevor sie gelandet war, hatte ich durchgeladen und auf das nächste Ungetüm gefeuert, der mich unter aufspritzender schwarzer Flüssigkeit den Kiefer abschoss. Allerdings ließ es sich davon nicht aufhalten und kam mit ausgestreckten, nach mir greifenden Händen weiter auf mich zu. Ich gab zwei weitere Schüsse in schneller Folge ab, die es zum Stolpern brachten und über die Reling stürzen ließen. Die dumpfen Geräusche von schallgedämpften Maschinenpistolen setzten ein, als Tripp und Lee mit ihren Haar und Kars das Feuer eröffneten. Ich griff mir Patronen von meiner Weste und legte sie mit geübter Geschwindigkeit ein, während ich nach weiteren Zielen Ausschau hielt. Die aschfallen Untoten strömten über die Seiten und verteilten sich rings um uns zu einer wirren Masse. Ich feuerte auf sie so schnell ich konnte. Die Flinte wurde zu einer Verlängerung meines Willens. Ich jagte zwölf Silberkügelchen durch das Gehirn einer Kreatur, die sich Lee näherte, dann eine Kugel durch den Brustkorb einer weiteren, die Tripp angriff. Ich spürte etwas Kaltes und Nasses, als der Schädel eines Untoten, der hinter mir aufgetaucht war, durch eine 308er-Kugel aus Julies Gewehr explodierte. Zusammenrücken! Stellt euch Rücken an Rücken! Rücken an Rücken! brüllte ich meinem Team zu. Irgendwie hörten sie mich inmitten des Chaos und rannten auf mich zu, wobei wir alle gleichzeitig in verschiedene Richtungen feuerten. Einige der Monster, die getroffen worden waren, standen bereits wieder auf. Eines trat ich im Vorbeilaufen so kräftig, dass bei einem Menschen mehrere Rippen gebrochen wären. Bei dieser Kreatur bewirkte es lediglich, dass sie umso schneller auf die Beine kam. Sie riss das Maul zu einem stummen Schrei auf und machte einen Satz auf mich zu. Ich setzte die Mündung der 870 unter dem Brustbein an und drückte ab. Die Ladung trat am Rücken durch ein baseballgroßes Loch aus. Kurz taumelte die Kreatur weg, dann überlegte sie es sich anders und kam neuerlich auf mich zu. Ich schlug dem Ungeheuer mit dem Kolben meiner Flinte den Schädel ein und trat die Beine unter ihm weg. Lee brüllte vor Schmerz auf, als ihn eine knochige Klaue am Bein traf und er brach auf dem Boden zusammen. Tripp durchstach dem Monster das Gesicht, packte Lee am Zugriff hinten am Panzeranzug und schleifte ihn in Sicherheit. Ich entleerte meine Schrotflinte in die Schar der Untoten, wobei ich auf die Köpfe zielte. Als die Waffe leer klickte, ließ ich sie fallen. Mein Trageriemen verhinderte, dass sie auf den Boden polterte. Ich wechselte sofort zur Kimber, richtete das Visier auf das nächstbeste Ziel und begann zu feuern. Fleisch und Knochenstücke spritzten aus den Schädeln der Kreaturen, als die Kugeln sie trafen. Wir drängten uns zu dritt zusammen, schossen und luden wie wild nach. Lee lag ausgestreckt auf dem Bauch und feuerte mit seiner H&K UMP nach oben. Weitere Kugeln sausten an uns vorbei, als Julie in die Menge schoss. Der Schlitten meiner 1911 rastete leer ein, als mich eine Kreatur beinahe erreicht hatte. Meine Hand griff zu einem frischen Magazin, doch plötzlich stürzte Trip an mir vorbei und hackte dem Monster mit seinem Beil den Arm an der Schulter ab. Mit dem verbliebenen Arm stieß die Kreatur Trip grob zu Boden. Ich rammte das frische Magazin in meine Pistole, löste den Schlitten und schoss dem Ding durch beide Augenhöhlen. Lee war gerade am Nachladen, hatte jedoch Mühe, ein Magazin aus seinen Brusttaschen zu bekommen, weil er darauf lag. Seine Beine schienen gelähmt zu sein, Trip rührte sich nicht. Zwar standen nur noch zwei Kreaturen aufrecht, aber die kamen schnell auf uns zu. Eine trug etwas, das mal eine Matrosenuniform gewesen sein musste, die andere einen für Sicherheitspersonal typischen Overall. Ihre Augen leuchteten rot, ihre Zähne waren zerklüftet und schwarz. Spitze Knochen ragten durch die aufgerissenen Enden ihrer Hände. Ich pumpte zwei schnelle Kugeln in den Kopf der ersten Kreatur, die nach vorn auf das Deck fiel. Dem früheren Seemann schoss ich ins Gesicht, seine Klauen schnellten auf mich zu, ich warf mich zu Boden, als ich versuchte, ihnen auszuweichen. Mein Rücken landete auf dem Deck und rutschte durch die verspritzten Flüssigkeiten. Ich feuerte nach oben auf die Kreatur, die mich immer noch unerbittlich verfolgte. Schwarzes Blut explodierte aus dem Hals des Monsters, als Julie es traf und damit kurzzeitig verlangsamte. Ich zog das riesige Ganga Rahm von meiner Brust und schwang es auf die Beine der Kreatur. Das große Messer durchschlug das Knie des Untoten und trennte ihm den Unterschenkel ab. Er landete neben mir und ich hackte ihm die Schädeldecke auf. Rosa, graue Gehirnmasse und schwarze Flüssigkeit ergossen sich auf das Deck. Der vordere Bereich des Schiffs war übersät von dampfenden, grauen Körpern. Einige bewegten sich noch und ein paar begannen bereit, sich aufzurappeln. Ich hob das mächtige Messer über den Kopf und brüllte vor Rage, dann hackte ich wild auf alles ein, was zuckte. Mit jedem Hieb spritzten Flüssigkeiten und Fleisch auf. Lee mühte sich zittrig auf die Beine und jagte 45 Kugeln in alles, was verdächtig aussah. Der Hint schwebte tiefer herab und flog brüllend über die Seite des Schiffs hinweg. »Owen, die Untoten kommen aus den Bullaugen. Sie kriechen über die Schiffsseiten hinauf. Holly braucht Hilfe!« »Scheiße.« Ich steckte das klebrige Messer zurück in die Scheide, die Pistole ins Halfter, griff mir wieder die Flinte und begann, sie zu laden, während ich zu den Strickleitern rannte. Julie baumelte aus dem Helikopter und feuerte auf die Schiffsseite unter mir. Ein Querschläger prallte nach oben ab und traf meinen Panzeranzug. Ich ignorierte den schmerzlichen, aber ungefährlichen Treffer und beugte mich über die Reling, um hinab auf das Deck der Brilliant Mistake zu blicken. Holly schoss mit ihrer UMP auf die Monster, die wieder natürlich an dem glatten Stahlrumpf hingen. Irgendwie trotzten sie der Schwerkraft und jeder Vernunft, krochen darauf entlang und direkt auf sie zu. Es waren mindestens fünf, allesamt vollgepumpt mit Kugeln, die jedoch wenig Wirkung zeigten. Ich nahm meine Kreatur unmittelbar unter mir ins Visier. Der Winkel war denkbar ungünstig, und ich musste mich so weit vorbeugen, dass ich fürchtete, im Meer zu landen. Ich drückte den Abzug und blies eine Unze Silber zwischen die Schulterblätter des Untoten. Mit schlaffen Armen fiel er vom Rumpf ab und platschte in die Wellen. Rasch lud ich durch und schwenkte auf das nächste Ziel. Dann schoss Kälte durch meinen Körper. Das Gefühl begann in meinem Kreuz und breitete sich in meine Glieder aus, so kalt, dass es brannte. Meine Beine wurden taub und knickten unter mir ein. Die 870 glitt mir aus den Händen und baumelte an ihrem Riemen. Ich wurde herumgewirbelt wie eine Puppe. Ein untoter Seemann hielt mich an den Gurten meines Anzugs. Seine Berührung hatte eine sofortige Lähmung bewirkt. Ich starrte in seine klaren, blutroten Augen, als er den Mund unmöglich weit aufriss. Schwarze, rasiermesserscharfe Zähne schimmerten darin. Ich versuchte, mich zu bewegen, brachte jedoch lediglich ein mattes Schwenken der Arme, ein Zucken meiner Gesichtsmuskeln und ein leichtes Kribbeln in den Fingern zustande. Ich war im Begriff zu sterben. Plötzlich brach die Schädeldecke der Kreatur auf wie eine mit Böllern gefüllte Melone. Julie hatte unmittelbar an meinem schlaffen Körper vorbeigeschossen. Tatsächlich hatte die Kugel meinen Helm gestreift. Es war der wohl beste Schuss, den ich je gesehen hatte. Die Kreatur kippte, ihre leblosen Klauen lösten sich von mir. Ich erblickte Trip und Lee, die auf mich zuhielten und versuchten, mich zu erreichen, bevor ich über die Reling stürzen konnte. Trip hechtete wagemutig über den beinah kopflosen Untoten hinweg und streckte die Arme nach mir aus, als wäre ich ein in die Endzone segelnder Football. Er schaffte es nicht ganz. Lautlos fiel ich die neun Meter ins Meer hinab. Nicht, weil ich zu mutig war, um zu schreien, das können Sie mir glauben. Innerlich kreischte ich, aber auch meine Kehle war zu erstarrt, um einen Laut hervorzubringen. Mit einem gewaltigen Aufspritzen von Wasser landete ich in den Wellen. Das Gewicht meines Anzugs zog mich sofort in die Tiefe. Meine Glieder trieben taub rings um mich. Wenigstens gelang es mir, den Mund zu schließen, doch das Wasser strömte mir stattdessen in die Nase. Ich versuchte, mich zu bewegen, sandte alle Willenskraft in meine Arme. Nichts geschah. Verzweifelt kämpfte ich gegen die Lähmung an und tobte innerlich über meine Hilflosigkeit, während ich immer tiefer sank. Über mir schwand das Licht. Ich wusste nicht, ob es an der zunehmenden Entfernung zur Oberfläche lag oder daran, dass meinem Gehirn der Sauerstoff ausging. Das Wasser war kalt, noch kälter jedoch fühlte sich mein Körper an. Hinter meinen Augen begannen Lichter zu explodieren, als Wasser in meine Lungendrang. Ich wusste, dass sie bald verzweifelt den Dienst quittieren würden, und dann wäre ich im Arsch. Wir hießen die Untoten nochmal, deren Berührung lähmte. Wir hatten sie im Unterricht besprochen. Man hatte uns ein Bild von Julie gezeigt, die gegen einen davon kämpfte. Unholde. Unholde konnten einen lähmen. Aber wie lange dauerte der Zustand an? Lee war ziemlich schnell wieder auf die Beine gekommen, und auch Trip war voll bewegungsfähig, als ich über die Reling kippte. Eine Minute? Gleich zwei? Leider hatte ich weder eine noch zwei Minuten. Allmählich geriet ich aufgrund des Luftmangels in Panik. Nackte Angst, ohne die Möglichkeit, ihr durch Bewegung Ausdruck zu verleihen, ist echt scheiße. Ich versuchte weiter, mich zu bewegen, setzte alle Willenskraft ein, um meinen Körper zum Reagieren zu bringen. Meine Finger wackelten leicht. Nicht genug. Es war schön, wenn auch kurz. Dann hielt ich inne. Der alte Mann aus meinen Träumen befand sich vor mir. Ich erkannte ihn deutlich im dunklen Wasser. Er wirkte vollkommen trocken, obwohl Fische um seine knochigen Schultern schwammen. Er schüttelte traurig den Kopf. »Junge, wir zwei muss aufhören, so uns treffen.« Er hob seinen schweren Stock und drückte damit auf die Notfalltaste an meinem Panzeranzug. Die CO2-Patrone explodierte zu Blasen, pumpte schlagartig den Schulterteil des Anzugs auf und verlieh mir Auftrieb. Ich begann zu steigen. »Rauf mit dir. Dein Freund dir Hilfe brauchen. Du nicht bist sehr gut bei das. Nicht mehr tot werden.« Während mich mein Anzug in einer Wolke von Blasen zur Wasseroberfläche trug, spürte ich, wie endlich Gefühl in meinen Körper zurückkehrte. Ein entsetzlicher, kribbelnder Schmerz ging damit einher. Geparkt mit dem quälenden Brüllen nach Luft in meiner Brust und dem heftigen Pochen in meinem Schädel war es grauenhaft. Meine Beine begannen auszutreten, meine Arme strampelten, um mich noch schneller zum Licht und zur kostbaren Luft zu befördern. Dann stieß mein Kopf durch die Oberfläche. Kreuchend füllte ich meine Lungen mit Sauerstoff und erbrach gleichzeitig Salzwasser. Es schmerzte. Sogleich begann einer der Matrosen mit einer Stange wild auf meinen Helm einzudreschen. »Bring es um! Bring es um!« brüllte ein anderer. Ich versuchte, die Stange abzuwehren, aber meine Glieder mussten ihre Kraft erst noch wieder erlangen. »Aufhören! Ich bin ein Mensch, ihr Idioten!« krächzte ich, als sie versuchten, mich wieder unter Wasser zu drücken. »Er ist auf unserer Seite. Hört auf, ihn zu schlagen, verdammt noch mal!« hörte ich Steak gezerrt. Raue Hände packten mich am Anzug und hieften mich an Bord, wo ich trief nass, zitternd, japsend und mich immer noch übergebend zu liegen kam. Eine plötzliche Bewegung wühlte das Wasser auf, als einer der Unholde durch die Oberfläche stieß und wie ein Hund auf unser Boot zuzupaddeln begann. »Den da könnt ihr schlagen!« stieß ich gurgelnd hervor, während meine tauben Finger versuchten, meine noch am Riemen hängende Flinte zu ergreifen. »Das erledige ich! Achtung! Lunter brennt!« brüllte Holly. Ich hörte ein Platschen. Sekunden später folgte ein donnernder Knall, als die Splittergranate detonierte. Wasser spritzte auf und regnete zusammen mit verschiedenen untoten Teilen auf das kleine Boot herab. »Das war der Letzte!« meldete Holly. »Alles in Ordnung?« Ich rollte mich auf die Seite, wirkte und hustete. Schmerzliche Krämpfe durchzuckten meine Brust und ich sah doppelt. »Er geht mir gut«, brachte ich hervor. »Sicher, siehst auch aus wie das blühende Leben. Komm schon, Seth!« Sie versuchte mir aufzuhelfen, doch ich war viel zu schwer. Ich mühte mich auf die Knie, während sie an den Zuggriffen meines Anzugs zerrte. Am Rumpf der Antoine Henri prangte ein großer Brandfleck mit einem kleinen, gezackten Loch im Metall in der Mitte. Sie bemerkte, dass ich das Loch fragend anstarrte. »Was denn?« Dachtest du, ihr könntet mich mit all dem coolen Zeug allein hier unten lassen, ohne dass ich etwas davon verwenden würde? Sie deutete auf den verbrauchten Granatwerfer, der auf dem Deck lag. Daneben befand sich der kopflose Körper eines noch zuckenden Unholz. Sie hatte ihn mit einem Bootshaken auf dem Holzdeck festgenagelt. »Die brauchen da oben Unterstützung«, sagte ich, als sie mir auf die Beine half. Ich musste innehalten, um mich erneut zu übergeben. Es schmerzte immer noch, ließ aber allmählich nach. Diesmal kam mein Abendessen vom Vortag heraus. »Nachos.« »Ich gehe, du bleibst hier, der Kapitän hat vor, abzulegen. Die Mannschaft will von diesem Dämonenschiff weg, und ich kann ihr keinen Vorwurf daraus machen. Das Boot zieht sich für den Fall zurück, dass weitere dieser Dinge aus den Bullaugen strömen und wartet dann auf unser Signal.« »Ich gehe«, widersprach ich. »Du wärst beinahe ertrunken«, gab sie zu bedenken. »Und ich hab nicht mal Mund-zu-Mund-Beatmung gekriegt. Wir verschwenden Zeit.« Ich ergriff die Strickleiter, als der Motor der Brilliant Mistake röchelnd zum Leben erwachte und eine Dieselrauchwolke ausstieß. Holly schüttelte irritiert den Kopf und packte die zweite Leiter. Wir begannen zu klettern, als das kleine Boot zurücksetzte. Hatte ich schon beim ersten Mal Mühe damit gehabt, so fand ich es nach meinem Beinah-Tod durch Ertrinken unendlich schwieriger. Meine Stiefel und mein Anzug waren trief nass. Ihr Gewicht schien sich verdreifacht zu haben. Holly überholte mich mühelos. Sie hiefte sich als erste oben über die Reling. Trip und Lee warteten auf mich und halfen mir das letzte Stück hinauf. »Bah«, stieß ich hervor, als ich zum zweiten Mal auf das Deck plumpste. »Ich hasse diese dämliche Leiter.« »Das ist einfacher, als verkehrt herum an der Stange zu tanzen, du Weichei«, erklärte Holly, als sie ihre UMP in Anschlag brachte. Ich ließ den Blick über das Deck wandern und stellte fest, dass meine Gefährten während meines Schwimmausflugs fleißig gewesen waren. Jeder einzelne Unhold war in kleine Stücke gehackt worden. Einige graue Arme schleppten sich noch vor sich hin, einige abgetrennte Köpfe blickten finster drein und knirschten mit den Zähnen. Der Hint kreiste nach wie vor über uns. Überraschenderweise funktionierte mein Funksystem noch. »Ich habe ein paar ausgeschaltet, die auf der anderen Seite raufklettern wollten. Ich denke, die Gefahr ist gebannt«, meldete Julis Stimme. »Keine Antwort von den Sturmtruppen. Ich komme runter.« Der Helikopter verharrte unmittelbar über uns. Ein Tau wurde herabgeworfen, und Julie löste sich von den elastischen Sicherungsseilen. Wachmännisch kletterte sie auf das Deck herab. Kaum hatten ihre Stiefel den Boden berührt, steuerte sie schon auf uns zu, den behemmten Kopf gesenkt, um sich vor dem heftigen Wind der Rotorblätter zu schützen. Der Hint stieg höher auf, schwenkte und entfernte sich. »Er kann noch höchstens 20 Minuten bleiben, dann muss er auftanken«, rüllte Julie, als sie sich näherte. »Sind alle in Ordnung?« »Einsatzbereit«, antwortete Holly, der Rest von uns nickte. Ich musste plötzlich würgen und sank hustend auf die Knie. Nachdem sich der Anfall gelegt hatte, rappelte ich mich zittrig wieder auf. »Alles bestens«, sagte ich, grinste gezwungen und streckte den Daumen hoch. »Gut, wir gehen rein«, befahl Julie. Sie warf das halbverbrauchte Magazin aus ihrem präzisionsverbesserten M14 aus und ersetzte es durch ein neues. »Der Kontakt zu den Sturmteams ist seit mehreren Minuten abgebrochen. Wahrscheinlich brauchen sie Hilfe. Gehen wir.« Damit lief sie auf den Eingang zur Höhle des Löwen zu. Wir folgten ihr Gehorsam. Es hatte Bedenken gegeben, dass unser Team von Frischlingen nicht bereit für die Monsterjagd in der brutalen, klaustrophobischen Enge des Innenraums eines Schiffs sei. Mittlerweile spielte das keine Rolle mehr. Wir verkörperten die Kavallerie, die zur Rettung eilte. Zumindest Julie wusste, was sie tat. »Nehmt Granaten, aber setzt sie umsichtig ein. Wir werden uns in einer Stahlröhre befinden. Der Gegendruck einer Explosion kann tödlich sein. Ballert nicht wild herum, weil es sonst Querschläger gibt. Achtet darauf, wohin eure Mündung zielt und wo sich der Rest eures Teams aufhält. Keine Flammen. Das Schiff selbst besteht aus Metall, aber so gut wie alles an Bord ist brennbar und ein Feuer auf einem Schiff ist übel. Falls sich irgendetwas bewegt, das nicht menschlich ist, erschießt ihr es. Noch Fragen?« Niemand meldete sich zu Wort. Wir blieben vor einer massiven Metalltür stehen. Julie packte Holly an den Riemen ihres Anzugs und sah ihr in die Augen. »Es wird da drin dunkel sein, Holly. Wie im Loch. Kommst du damit klar? Du musst das nicht tun, wenn du noch nicht bereit dafür bist.« »Es geht mir gut. Ich hasse Vampire. Lass uns diese Arschlöcher alle machen,« gab sie zornig zurück. Julie nickte und lächelte. Ich hatte keine Ahnung, worauf sich das Gespräch bezog. »Wir werden uns schnell bewegen. Wir warten nicht bei jedem Eingang zusammen, führen keine vollständige Aufklärung durch. Bleibt in Bewegung. Achtet auf die Decke und die Bodenroste. Lee, du machst das Schlusslicht und hältst nach hinten Ausschau. Ich übernehme die Spitze, dann kommen Pitt, Trip und Newcastle. Alles klar?« »Lass mich die Spitze übernehmen,« klug ich vor. »Wieso?« »Ich habe die Schrotflinte. Du hast ein Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr. Außerdem bin ich entbehrlich. Wenn du vorne bist und stirbst, ist der Rest von uns im Arsch.« Ich wollte keineswegs ritterlich sein, aber für ein Feuergefecht aus nächster Nähe eignete sich eine Schrotflinte wesentlich besser als ein langes Gewehr mit Vergrößerungsoptik. Sie überlegte kurz, dann nickte sie. »Pitt geht voraus. Gefolgt von mir. Fragen?« Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, die anderen drei mit den Maschinenpistolen nach mir einzureihen, aber ich glaube, Julie war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich überzeugt von deren Schießkünsten. Schweigend bereiteten wir uns individuell darauf vor, die Finsternis zu betreten. Trip murmelte offenbar ein Gebet. Lee schloss die Augen und schien eine Atemübung durchzuführen. Holly setzte ein fieses, raubtierhaftes Grinsen auf. Ich vergewisserte mich, dass sowohl meine Flinte als auch meine Pistole geladen und die Reservemagazine und mein Messer griffbereit waren. Wenigstens waren durch meinen Sturz ins Meer die meisten Körperflüssigkeiten der Unholde von mir abgewaschen worden. Der Rest des Frischlingsteams war über und über damit beschmiert. Julie schlug mir hinten auf den nassen Anzug. »Los!« Die erste Ebene, die wir betraten, wurde noch von Neonlicht erhellt. Aber als wir die Treppe zunächst tieferen hinabstiegen, mussten wir unsere am Helm befestigten Nachtsichtmonokulare einschalten. Jemand oder etwas hatte systematisch jede Lampe zerschlagen. Glas knirschte unter unseren Stiefeln, als wir uns rasch den Weg durch die schmalen Stahlkorridore bahnten. Ich hatte zwei Lichter an meiner Flinte, eines davon extra hell und weiß. Das andere warf einen grellen Strahl, der für das menschliche Auge unsichtbar war, aber die Welt durch mein Monokular in grün tauchte. Der Rest des Teams war mit Infrarotlichtern an den Waffen ähnlich ausgestattet. Da wir gegen Untote kämpften, hatten wir die Wärmebildausrüstung an Deck gelassen. Gegen Kreaturen, die höchstens Raumtemperatur hatten, nützte sie wenig. Rasch durchquerten wir die Kombüse. Ich hielt die Flinte niedrig im Anschlag und winkelte die Ellbogen an, um damit nicht gegen die Wände zu stoßen. Mahlzeiten standen halb gegessen und verrottend auf den Tischen. Die Wände waren mit einer zähen Flüssigkeit bespritzt, die sich durch die Nachtsichtgeräte nicht zuordnen ließ, aber mein Bauchgefühl verriet mir, dass es sich um Blut handelte. Ich trat mit dem Fuß unbeabsichtigt gegen eine Weinflasche, die sich drehend unter einen der Tische schlitterte. Die Türen waren wasserdichte Luken und ich musste beim Passieren jedes Durchgangs vorsichtig über eine hohe Bodenkante steigen. Bisher waren alle Luken offen gewesen. Das Krachen von Schüssen heilte durch die Gänge und Rohrleitungen. Ein gutes Zeichen. Unsere Freunde lebten noch. Mein kleines Team beschleunigte die Schritte. Laut den Plänen, die wir unterwegs hierher studiert hatten, mussten wir noch eine Treppe nach unten, durch Mannschaftsquartiere und durch einen langen Korridor, dann würden wir uns direkt über den Maschinenraum befinden. Wir alle zuckten zusammen, als ein explosiver, dumpfer Knall den Frachter erschütterte. Eine Bombe? fragte Tripp. Schwer zu sagen, gab Julie zurück. Ich hoffe, wir sinken nicht, rumte Lee. Unsere Stiefel klapperten auf den Metallstufen, als wir uns im Laufschritt zur nächsten Ebene vorarbeiteten. Die Zeit für Verstohlenheit war vorbei. Ich bog um die Ecke zu den Mannschaftsquartieren und leuchtete voraus, den Kolben der Flinte fest an die Schulter gepresst. Doppelkojen säumten den langen, schmalen Raum. An den Wänden klebten pornografische Bilder, die im grünen Licht merkwürdig aussahen. Überall lagen Decken und Müll verstreut. Es war ein wahres Gewirr möglicher Verstecke. Ich riss die Faust hoch und bedeutete, dem Team stehen zu bleiben. Ich hatte etwas gespürt. Julie schloss mit dem Gewehr im Anschlag zu mir auf. Ich hörte sie atmen. Ein Klirren ertönte, als ein anderes Teammitglied über die Schwelle stolperte. Etwas befand sich bei uns im Raum. Ich konnte es fühlen. Nichts geschah. Wir leuchteten das Quartier weiter mit unseren unsichtbaren Lichtern aus. Ich vermochte nicht recht einzuordnen, was ich wahrnahm, aber irgendetwas lauerte. Julie musste es auch gespürt haben. Alle Nachtsichtsysteme aus. Wechsel zu weißem Licht, befahl sie. Ich klappte mein Monokular zurück und drückte den Knopf, der die 120-Lumen-Lampe von Surefire am Vorderschaft meiner 870 aktivierte. Jäh erfüllte blendend grelles Licht den Raum. Ein Nachtsichtmonokular bietet gewisse Vorteile gegenüber einer ähnlichen Brille, die beide Augen bedeckt, hat jedoch auch Nachteile. Vorteilhaft an nur einer Linse ist, dass eine Pupille für die normale menschliche Nachtsicht vollständig geweitet ist, während das andere Auge eine grün erhellte Welt betrachtet. Unser Gehirn, dieses erstaunliche Wunderding, legt das beleuchtete und unbeleuchtete Bild übereinander. Man erhält eine elektronisch verstärkte Sicht, wobei ein Auge immer noch in der Lage ist, so gut wie jeder Mensch im Dunkeln zu sehen, falls das Gerät ausfällt. Bei einer Brille mit zwei Linsen ist die Nachtsicht zwar besser, aber wenn die Technik versagt, ist man ziemlich angeschissen, bis sich die Augen an die Finsternis anpassen. So großartig unsere monokulare waren, einen unweigerlichen Nachteil hatten auch sie. Schaltet man plötzlich grelles Licht ein, ist ein Auge schlagartig geblendet. Wir alle fünf hatten also nur ein funktionierendes und ein benommenes Auge zur Verfügung, als das Licht anging. Wahrscheinlich wirkte der Anblick des über die Decke auf uns zugriechenden Vampirs deshalb besonders surreal. Wie uns gesagt wurde, sah er tatsächlich wie ein gewöhnlicher Mensch aus, in diesem Fall wie ein gewöhnlicher Matrose. Er war zwar blass und trotzte der Schwerkraft, trotzdem ähnelte er einem Menschen. Ich reagierte dem Bruchteil einer Sekunde vor dem Rest des Teams. Es gelang mir, dem Vampir zwei Silbergeschosse in die Brust und ins Becken zu jagen. Die Schüsse der Flinte ertönten in dem beengten Raum ohrenbetäubend laut, waren jedoch nichts im Vergleich zum Überschallknall von Julies M14. Ihre Kugel durchschlug die Schulter des Vampirs. Die Kreatur fiel zu Boden und wir trafen sie auf dem Weg nach unten beide noch einmal. Der Rest des Teams hatte durch unsere Körper kein klares Ziel. Der Vampir stieß einen unmenschlichen Schrei aus, als Julie und ich gleichzeitig auf die Knie sanken. Die drei Frischlinge hinter uns eröffneten über unsere Köpfe hinweg das Feuer. Die schallgedämpften Waffen erzitterten, als 45er-Kugeln auf die Kreatur einhagelten, wobei auch viele ihr Ziel verfehlten und stattdessen in die Wände und Kurien einschlugen. Die Kreatur schauderte und taumelte, kam jedoch weiter auf uns zu. Einschusslöcher übersäten die bleiche Haut des Monsters, schlossen sich allerdings sofort wieder. Ich leerte den Rest meines Magazins unter Dauerfeuer und zog eine Linie vom Schritt zur Stirn des Vampirs. Der letzte Treffer schleuderte seinen Kopf heftig zurück. Ich ließ die rauchende Remington los, zog meine Pistole und konnte zwei Schüsse abgeben, bevor ich beiseite gefegt wurde. Mein Anzug dämpfte den Schlag zwar, aber ich segelte durch die Luft und prallte gegen die Stahlwand. Schmerzen flammten durch meine Rippen und ich verlor meine Pistole. Julie ließ sich fallen, rollte sich unter eine Koje und entging nur knapp dem Fuß des Vampirs, der eine Delle in den Metallboden stapfte. Das Licht von fünf verschiedenen Lampen, die in verschiedene Richtungen zielten, schuf eine höllenartige, verwirrende Szene. Der Rest meines Teams leerte die Maschinenpistolen in die sich nähernde Kreatur. Holly und Trip begannen nachzuladen, während Lee sein Messer zog und es wild schwang. Der Vampir bewegte sich so schnell, dass die Augen es kaum zu erfassen vermochten. Er wich dem Hieb aus, packte Lee am Arm und schleuderte ihn quer durch den Raum. Ich hörte, wie der einstige Bibliothekar über den Boden schlitterte. Der Vampir wurde durch Trip und Holly abgelenkt, die schwere 308er-Geschosse in seine Füße und Beine pumpten. Julies Deckung wurde zerstört, als die Matrosenkreatur die Pritsche ergriff und trotz der dicken Schrauben mühelos von der Wand riss. Das Monster griff nach Julie, aber ich ging dazwischen. Ich schwang mein Gangaram mit aller Wut, die mich beseelte. Irgendwie musste das Monster mich gespürt haben, denn es begann, sich zu bewegen. Ich hatte eigentlich auf den Hals gezielt, doch stattdessen sank meine Klinge tief in die Schulter, brach das Schlüsselbein und prallte gegen die obersten Rippen des Ungeheuers. Schwarze Flüssigkeit spritzte überall hin. Die Kreatur wirbelte herum und entriss dadurch das Messer meinem Griff. Sie sprang rückwärts und heftete sich an die Wand wie eine Spinne. Vor Wutkreischen fasste sie nach oben, packte das Heft der riesigen nepalesischen Klinge und zog sie aus ihrem Rücken. Das Geräusch von Stahl, der über Knochen schabte, war übelkeiterregend. Das Messer landete klirrend auf dem Boden. Ich hörte ein fast gleichzeitiges Klicken, als Trip und Holly ihre UMPs wieder entsicherten. Julie lud nach. Lee rührte sich nicht. Ich griff mir eine Spezialpatrone Kaliber 12, legte sie in die offene Kammer meiner 870 ein und schob den Vorderschaft nach vorn. Die Wunde des Vampirs schloss sich bereits. Er zischte etwas offensichtlich Unflätiges auf Französisch. »Parlez-vous das, Arschloch?« Er stieß sich wie ein Frosch von der Wand ab und sprang mich an. Ich hob den Lauf der Flinte und drückte den Abzug in dem Moment, als die Brust des Vampirs die Mündung berührte. Gewöhnliche Sprengmunition wird von der Polizei verwendet, um bei Razzien gefahrlos die Schlösser oder Angeln schwerer Türen aufzubrechen. Sie zerfällt in Bruchstücke, ohne Umstehende zu gefährden. Das 3 Zoll lange gesinterte Magnesium-Tankston-Sprenggeschoss Kaliber 12, das ich gerade abgefeuert hatte, war dafür vorgesehen, die Angeln von Banktresoren wegzupusten. Milo hatte mir erzählt, dass diese Spezialmunition bei Tests ein basketballgroßes Loch in eine Rinderhälfte geschlagen hatte. Der Rückstoß war selbst für meine Begriffe gewaltig. Der Lärm würde uns allen eine Woche lang summende Ohren bescheren. Der Rumpf des Vampirs explodierte zu einem schwarzen Dunst. Durch ihren Schwung prallte die Kreatur gegen mich und wir krachten beide rollend und um uns schlagend zu Boden. Eingeweide ergossen sich überall hin. Die Beine des Monsters zuckten harmlos auf den Boden, aber der Oberkörper kämpfte weiter. Ich stieß ihn von mir und rollte mich weg. Tripp und Holly reagierten, indem sie zwei volle Magazine der 45er Silbermunition in das tobende Ungetüm pumpten. Kaum klickten ihre Waffen leer, griff Julie die Reste an. Sie stemmte einen schweren Stiefel auf den Hals der Kreatur, holte mit einem angespitzten Pflock hoch über dem Kopf aus und rammte ihn mit einem Schrei ins böse schwarze Herz des Vampirs. Eine Fontäne schwarzer Flüssigkeit stieg in die Luft auf und das entsetzliche Kreischen des Monsters ging uns durch Mark und Bein. Julie war vollgespritzt, aber unverzagt. Der Vampir zuckte zwar immer noch, konnte sich jedoch kaum noch bewegen. Sie streckte die Hand aus. »Das große Messer!« Ich hob mein Ganger Rahm vom Boden auf, humpelte zu ihr und reichte es ihr mit dem Griff voraus. Das Messer war wirklich riesig, aber Julie war eine starke Frau. Sie holte einhändig damit aus, als wolle sie mit einer Machete unter Holz roden, dann schlug sie zu. Nach dem dumpfen Aufprall verstummte das Kreischen endlich. Der Kopf rollte weg. Julie trat ihn angewidert von sich. »Nachladen! Wo der herkommt, gibt es noch mehr! Lee, lebst du noch?« fragte Julie. Sie wischte die Klinge des Messers an ihrem Hosenbein ab, gab es mir zurück und bildete mit den Lippen ein stummes »Danke«. Bedeckt von Vampirblut wirkte sie im Schein der kraftvollen Lampen todernst. »Mir geht's gut!« »Autsch! Verdammt!« Dies lieh hervor, als Trip ihm auf die Beine half. Er hörte sich matt und krächzend an. »Ich glaube, ich habe eine gebrochene Rippe.« »Ruh dich einen Moment aus. Holly, behalt die andere Tür im Auge. Lass das weiße Licht an. Unsere Nachtsicht ist beim Teufel, außerdem verwirren die Lichter sie.« »Der war verwirrt?« fragte Trip ungläubig. Ich lud die Flinte nach. Weitere Sprengmunition wagte ich nicht zu verwenden, zumal sie jenseits von Berührungsdistanz praktisch nutzlos gewesen wäre. »Hat jemand meine Pistole gesehen?« Lee reichte sie mir, zerschrammt zwar, aber unbeschädigt. Ich wechselte das Magazin und steckte die Waffe ins Halfter. Die Koje, an die ich mich lehnte, wies das Foto der Ehefrau eines Matrosen auf, die mit ihren Kindern vor dem Eiffelturm stand. Ich schwenkte meine Lampe auf die Überreste des Vampirs. Das Fleisch schlug träge Blasen und schmolz zu einer terartigen Substanz. Zurück blieben nur klebrige Knochen. Der augenlose Schädel schien mich zu beobachten. »Das war also ein Meistervampir. So zäh sind die gar nicht«, meinte ich. Julie überraschte uns alle, indem sie lauthals auflachte. Sie hörte sich aufrichtig belustigt an, was in dem besudelten Mannschaftsquartier völlig fehl am Platze wirkte. Sie hielt beim Putzen ihrer Brille inne und sah uns arme, ahnungslose Frischlinge an. Kopfschüttelnd lächelte sie. »Das war noch ein Baby.« Das quittierten alle Frischlinge mit deftigen Worten. Insbesondere Holly fluchte so kreativ, dass es an Poesie grenzte. »Meister bewegen sich so schnell, dass man sie kaum noch sehen kann. Sie fressen einen Stapel von Bibeln und spülen sie mit einem brennenden Molotow-Cocktail runter. Der Kerl wurde wahrscheinlich erst letzte Woche verwandelt. Ungewöhnlich schnelle Regeneration, aber je mächtiger der Schöpfer, desto stärker die Schöpfung. Wer immer diesen Schlamassel angezettelt hat, war ein Untoter übelster Sorte. Muss er gewesen sein, um zusätzlich Unholde als Tageslichtwächter zu erschaffen. Als Julies Brille wieder sauber war, deutete sie auf Holly und den Gang zum Maschinenraum. »Owen übernimmt wieder die Spitze. Trip, du bleibst bei Lee und hilfst ihm, wenn nötig. Holly, du bist das Schlusslicht. Falls wir weiteren Vampiren über den Weg laufen, werft zuerst Granaten. Also, los geht's!« Ich nahm meinen Platz an der Tür ein, leuchtete voraus und suchte nach Zielen. Julie übernahm die zweite Position. Sie flüsterte mir ins Ohr. »Parle-Wu das, Arschloch?« »In dem Moment klang es cool«, erwiderte ich schulterzuckend. »Hey, falls wir in den nächsten paar Minuten nicht sterben, hast du heute Abend schon etwas vor?« Sie piekte mich in die Schulter, um mir zu bedeuten, dass es an der Zeit war, loszugehen. Ich fasste das als Ablehnung auf. Rasch setzte ich mich in Bewegung. Das Licht der Lampen hinter mir warf meinen massigen Schatten in den Flur. Bei dem Kampf gegen den Vampir hatte ich mir etwas im Bein gezerrt. Mein Kopf und meine Brust schmerzten noch von meinem früheren Abenteuer im Wasser. Mein Bauch und meine Kehle brannten von all dem Würgen. Meine Nerven kribbelten vor Adrenalin und aus blanker Angst entsprungenen Endorphinen. Mit einem halb geblendeten Auge sah ich nach wie vor violette Schemen und ich war über und über mit Vampirkörperflüssigkeiten bespritzt. Ich hatte mächtig Spaß und fühlte mich lebendiger als je zuvor. Schließlich ertönte über Funk eine Stimme. Es war Habinger. »Licht nähert sich dem Maschinenraum. Wer ist das?« »Nicht schießen. Das bin ich mit den Frischlingen«, antwortete Julie. »Bleibt wo ihr seid. Etwa zehn Meter von eurer Position entfernt hinter der Tür zu eurer Linken befinden sich mehrere feindliche Kreaturen. Wir sind am Ende des Gangs auf der anderen Seite. Warum seid ihr nicht oben?« Es tat gut, Habingers Stimme zu hören. Ich richtete die Flinte auf das erwähnte Luke. Alles, was durch diesen Durchgang käme, würde eine Ladung Schrot verpasst bekommen. »Nachdem ihr in den Hinterhalt geraten seid, ist der Funkkontakt abgebrochen. Das Deck wurde von Unholden überrannt. Wir haben sie getötet, aber die Bootsbesatzung wollte nicht bleiben, und dem Hint ging allmählich der Sprit aus. Die Frischlinge haben sich gut geschlagen, es gibt nur kleinere Verletzungen. Wir haben beschlossen, nach euch zu suchen. Einen Moment lang dachte ich, wir hätten euch verloren, Earl«, gab Julie zurück. »Nein, aber Boone hat einen Mann verloren, Roberts. Er wurde bei dem Hinterhalt überwältigt. Einige andere sind verwundet, aber keiner lebensgefährlich. Es war schlimm. Müssen mindestens 20 Vampire gewesen sein. Und sie haben die Lichter so manipuliert, dass sämtliche Lampen explodiert sind, als sie angegriffen haben.« Er klang müde, abgekämpft. »Das hört sich nicht richtig an. Untote koordinieren ihre Handlungen nicht,« meinte Julie. »Diese schon. Es war geplant. Die meisten haben wir getötet, der Rest hat sich in dem Maschinenabteil verschanzt. Es sind mindestens fünf.« »Feuer?«, fragte Julie hoffnungsvoll. »Negativ. Dasselbe gilt für Sprengkörper. Dort lagert der Kraftstoffvorrat. Wenn wir in dem Raum irgendwas zur Explosion bringen, können wir nach Hause schwimmen. Außerdem ist der Raum, in dem Darnay mit seinen Männern gefangen ist, auf der anderen Seite der Vampire. Plan?«, fragte Julie. »Habe ich noch keinen.« »Wir können reingehen und schießen. Aber wenn wir versehentlich eine Dampfleitung treffen, kochen wir uns alle. Und wenn es den Kessel erwischt, reißen wir ein Loch in den Boden des Schiffs. So oder so, uns läuft die Zeit davon. Wir haben eine weitere kodierte Mitteilung von den französischen Jägern erhalten. Die Vampire versuchen, in ihr Abteil einzubrechen. »Warte mal kurz.« Ich drehte mich nicht um, sondern ließ die Mündung auf die Tür gerichtet. Unsere Position war hervorragend. Beide Jägergruppen konnten bedenkenlos in den Gang feuern. Durch den Winkel war die Gefahr, durch Querschläge das andere Team zu treffen praktisch null. Tripp und Holly zwängten sich neben mich, um ebenfalls feuern zu können. Der verletzte Lee deckte uns den Rücken. Julie blieb am Funk. Die Wände und der Boden vibrierten leicht durch das gewaltige Triebwerk in der Nähe. Die Luft roch nach Diesel, Gummi, Rost und ein wenig Kupfern nach Blut. Während wir darauf warteten, dass sich Habinger wieder meldete, konnte ich nicht umhin zu fragen, »Hat jemand von euch Roberts gekannt?« »Es war der große, dünne Blonde auf dem Boot«, sagte Tripp. »Schien mir ein anständiger Kerl zu sein.« War er auch. Mutig, ein bisschen verrückt, aber ein verflucht guter Jäger, klärte Julie uns auf. »Roberts war seit dem Neubeginn bei uns, ist mit dem ersten Schwung von Frischlingen gekommen. Er wird uns fehlen. Ich glaube, er hatte eine Ex-Frau und Kinder in St. Louis.« Habingers Stimme erklang knisternd in meinem Ohr. »Sam sagt, er hat auf den Plänen etwas gefunden. Wir sind direkt unter dem Hauptfrachtbereich. Es gibt eine Fluchtluke, die in dieses Maschinenraumabteil führt. Sam meint, wir könnten jemanden durchhiefen, der dann eine Dampfleitung im Raum der Vampire öffnet und die Luke schließt, bevor sie gekocht werden. Der Dampf wird die Untoten garen oder zumindest raus auf den Gang treiben, wo wir sie abknallen können.« »Würde das nicht auch die Franzosen umbringen?«, fragte Julie. »Sam glaubt nicht. Die Temperatur könnte ein wenig steigen, aber laut den Plänen sollte ihnen nichts passieren. Ich schicke Sam, Grant und me drauf, um es zu tun.« »Was ist mit Boones Team?« »Mein Team ist ein klein wenig beschäftigt, Julie,« antwortete Boone über das Funknetz. »Dein Onkel Earl hat vergessen zu erwähnen, dass wir mindestens zwei weitere Blutsauger mit Plöcken festgenagelt haben. Einer davon ist der Hurensohn, der Roberts gebissen hat.« »Roger.« Julie ließ die Mikrofontaste los. »Wartet auf die Grillparty.« »Ich könnte im Flur einige Claymore-Minen platzieren. Würde Ihnen eine Überraschung bescheren, wenn Sie herausgerahmt kommen,« schlug Lee hilfbereit vor, wie ein ehemaliger Demonstrant, immer geil darauf, etwas in die Luft zu jagen. »Nein, dafür ist es hierzu beengt.« »Wahrscheinlich hatte sie recht.« »Aber angesichts der Anzahl von Projektilen, die diese Kreaturen wegstecken konnten, bereitete mir die Aussicht auf fünf davon, die gleichzeitig auf uns zukommen würden, keine Freude.« Von der Brilliant Mistake war ein FN-Mac-Maschinengewehr an Bord gebracht worden. Ich hatte es zurückgelassen, weil es in der Enge des Schiffs zu lang und unhandlich gewesen wäre. Allerdings wären in dem Moment 200 Patronen Kaliber .308 mit Gurtzuführung und automatischer Feuerkraft schon toll gewesen. Ich habe auch kleineres Zeug dabei. Das sollte für uns nur eine minimale Gefahr darstellen, aber alles, was durch diese Tür kommt, in Hamburger verwandeln.« Zur Betonung klopfte Lee auf einen an seinem Gurtzeug befestigten Beutel. »Ich habe echt schlimme Schmerzen, deshalb glaube ich nicht, dass ich weit genug werfen kann, aber einer von euch könnte es wahrscheinlich direkt vor dem Luke landen lassen. Gezündet wird per Funk.« Julie überlegte kurz, dann nickte sie Trip zu. Lee löste den Beutel vom Gurtzeug, öffnete ihn, nahm einige Einstellungen vor, schloss ihn wieder und reichte ihn Trip. Der ließ ihn einige Male in der Hand hüpfen, um das Gewicht zu prüfen, dann setzte er zu einem perfekt gezielten Unterhandwurf an. Der Beutel landete direkt vor dem anvisierten Luke. »Guter Wurf«, lobte Holly. »Ich war auch Co-Trainer des Mädchen-Softball-Teams.« Wir alle sahen ihn komisch an. »Es war eine kleine Schule«, bügte er verteidigend hinzu. Zeit verging. Habinger teilte uns mit, dass die festsitzenden Franzosen weitere Botschaften sandten. Die Vampire kämpften sich langsam zu ihnen vor, weil sie frisches Blut wollten. Sam meldete, dass Grant, Mead und er fast in Position waren. Boones, nur noch aus vier Mann bestehendes Team, zwei davon verletzt, hatte eigene Probleme. Habinger und Milo waren in Position, aber da sie nur zu zweit waren, drohten ihnen Schwierigkeiten, sollten alle Vampire in ihre Richtung flüchten. Wir waren entsetzlich karg aufgestellt. Es würde eine knappe Angelegenheit werden. »Hier ist Sam. Wir sind vor Ort. Der Hauptfrachtbereich scheint verwaist zu sein. Allerdings ist hier oben ein Durcheinander von Containern, deshalb ist es schwer zu beurteilen. Wir machen jetzt die Luke auf. Ihr solltet es mitbekommen, wenn es funktioniert. Over.« »Schnapp sie dir, Cowboy«, flüsterte Julie, während sie den Griff um ihre M14 verstärkte. Wir waren so vorbereitet, dass alles, was in den Flur käme, eine gehörige Überraschung erleben würde. Ein bisschen Sprengstoff und vier von uns, die direkt feuern konnten. Obendrein waren Julie und ich recht passable Schützen. Wem wollte ich etwas vormachen? Ich war ziemlich gut, aber nach dem, was ich auf dem Deck gesehen hatte, war sie erstaunlich. Ich spähte verstohlen in ihre Richtung. Ihre braunen Augen blickten konzentriert durch die Linse ihres ACOG-Zielfernrohrs. Ihr behandschuhter Finger ruhte knapp neben dem Abzugsbügel. Sie lehnte sich an die Stahlwand, um sich zu stützen. Ihre Züge waren ausdrucksstark. Und irgendwie gelang es ihr, trotz des relativ unvorteilhaften Anzugs sowie der Kratzer und des Schleims in ihrem Gesicht attraktiv zu wirken. Julie Shackleford verkörperte definitiv die Frau meiner Träume. In der Ferne ertönte das Klirren von Metall, gefolgt von einer raschen Abfolge von Schüssen und weiterem Klirren. Trip lag flach auf dem Boden, deshalb spürte er die Vibrationen als erster. »Es geht los!« brüllte er. Ein Kreischen schoss uns durch die Ohren, als eine Wand aus weißem Dampf durch das offene Luke herausströmte. Das Geräusch war eine abgewandelte Version des größten und schrecklichsten Teekessels der Welt. Selbst bei uns stieg die Temperatur drastisch an, als der sengende Nebel den Flur zu füllen begann. Dicht unter dem Ansturm von Lärm waren gleichermaßen unmenschliche Laute zu hören, die von den Vampiren aus dem Maschinenabteil stammten. Etwas bewegte sich an dem Luke. Erst ein, dann zwei und schließlich ein dritter Vampir stolperten auf den Gang heraus. Der Dampf kochte ihre Körperflüssigkeiten und schälte ihnen die Haut schneller vom Leib, als sie sich regenerieren konnten. Einer drehte sich uns mit blinden, geschmolzenen Augen zu und kreischte. »Los, Lee!« brüllte Julie. Unser bibliophiler Sprengstoffexperte gehorchte und drückte den Auslöser in seiner Faust. Die kleine Sprengladung detonierte. Die Explosion glich eher einem dumpfen Knall als dem erwarteten Feuerball. In offenem Gelände wäre Lees kleine Bombe wohl nicht besonders beeindruckend gewesen. Doch in dem beengten metallischen Raum zerfetzte die Energie des C4 die Untoten regelrecht. Ihre Knochen wurden pulverisiert, ihre Körper in deren Bestandteile zerlegt. Wir befanden uns zehn Meter entfernt, trotzdem wurden wir mit einem feinen Vampirsprühnebel überzogen. Zwei weitere Kreaturen preschten durch das Luke, verpassten die Bombe nur knapp. Eine wandte sich in unsere Richtung, die andere lief auf Harbinger und Milo zu. Sechs Waffen eröffneten als Feuer. Der Untote, der auf uns zusteuerte, war blind, verbrannt und zerrissen. Einige seiner inneren Organe hatten sich unter der immensen feuchten Hitze geweitet und die Kreatur wirkte asymmetrisch und linkisch. Unsere Kugeln durchschlugen sie, brachen Knochen und vergossen das unnatürliche Leben des Vampirs auf den Boden. Er sank unter dem Hagel auf die Knie und schleppte sich unerbittlich auf uns zu. Eine versenkte Klaue wurde von meiner letzten Schrotladung völlig abgerissen, trotzdem versuchte er weiter, sich mit seinem noch funktionierenden Arm vorwärts zu ziehen. Stille kehrte ein, als unsere Magazine leergeschossen waren. Meine Ohren wurden teilweise durch die qualitativ hochwertigen Hörer geschützt, dennoch schwirrte mir der Kopf durch den Lärmpegel in der engen, wiederhallenden Kammer. Von der Stellung der anderen Jäger kamen keine Schussgeräusche. »Earl?« »Earl, bitte melden. Alles in Ordnung bei euch?« Julie warf ihr verbrauchtes M14-Magazin aus, legte ein neues ein und lud durch. »Kannst du uns hören?« »Ja, unser Vampir ist zur Strecke gebracht.« »Wir kommen jetzt um die Ecke, um unseren zu erledigen. Nicht schießen.« »Roger.« Der Vampir war zwar völlig zerfetzt, aber er begann bereits, sich zu regenerieren. Diesmal übernahmen Trip und Holly die ehrenvolle Aufgabe, während ich ihnen Deckung gab. Holly stellte den Fuß auf das Rückgrat der Kreatur und rammte ihr mit Schwung einen Pflock in den Rücken. Der Vampir war zu schwer verletzt, um zu schreien. Trip verzog das Gesicht, als er sein Beil zog. Ich nehme an, die korrekte Bezeichnung für die aus der Vietnam-Ära stammende Waffe, die er sich aus dem Arsenal geholt hatte, lautete Tomahawk. Mein Freund hob die kleine Axt an und ließ sie herabsausen. Der Vampir war so oft in den Hals getroffen worden, dass es keiner großen Mühe bedurfte, ihn zu durchtrennen. Der Tomahawk durchschlug ihn so schwungvoll, dass Funken vom Boden aufstoben. Sofort begann das Gewebe sich aufzulösen und durch den Rost zu triefen. Zurück blieb nur ein schwarzes, beschädigtes Skelett mit unnatürlich langen Zähnen. Der Lärm des entweichenden Dampfs verstummte, als die Notsysteme des Schiffs einsetzten, die Kessel deaktivierten und bestimmte Ventile verriegelten. Der weiße Dunst im Korridor verflüchtigte sich nach und nach. Die Temperatur war um mindestens zwanzig Grad gestiegen. Ich spürte, wie mir Schweiß über den Körper perlte. »Julie, das sollten alle gewesen sein. Wenn es kühl genug ist, geht ihr rein, um Darnay und seine Männer zu retten. Myla und ich helfen Boone.« »Roger Earl«. Die Truppe der Frischlinge wartete geduldig. Lee hatte schlimme Schmerzen und Tripp bemühte sich bestmöglich, den kleineren Mann beim Gehen zu stützen. »Wirst du es schaffen?« fragte Julie ihn leise. »Wir holen die Franzosen, dann gehen wir zurück am Deck. Wir sollten die Untoten so gut wie überstanden haben.« »Ich hab bloß Mühe beim Atmen, das ist alles,« keuchte er. »Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter,« erklärte Tripp feierlich. »Erinnere dich, Daran, wenn ich dir später in den Arsch trete.« Cap Lee zurücklachte und verzog vor Schmerzen das Gesicht. Die Vampire, die Lees Bombe zum Opfer gefallen waren, bestanden nur noch aus Matsch und Knochen. Von ihnen war nicht einmal genug zum Fählen übrig. Als ich das Maschinenraumabteil betrat, wurde mir durch die intensive Hitze schwindlig. Die Luft strotzte vor feuchtem, heißem Dampf. Ein Rest zischte noch aus dem gigantischen, defekten Rohr in das Sam geschossen hatte. Von allem tropfte Wasser. Es war, als regner es von der Decke. Der Raum mutete wie eine Sauna an, nur schlimmer, da sämtliche Metallrohre und Armaturen heiß genug waren, um uns zu verbrennen. Durch die Stiefelsohlen konnte ich die Hitze des Bodens fühlen. Ich trank einen Schluck aus meinem Camelback. Rote Notbeleuchtung erhellte den Raum. Ich schaltete meine Lampe aus, um die Batterie zu schonen. Von oben drauf Wasser von der Leiter und der Luke, die zum Hauptfrachtbereich führte. Ich blieb vor der schweren Metalltür stehen, hinter der sich die französischen Überlebenden befanden, und versuchte, das Rad zu drehen. Meine Handschuhe boten genug Schutz, um das Metall zu berühren, allerdings nicht lange. Es klemmte. Ich hämmerte gegen die Tür, die Faustschläge halten laut wieder. »Kann jemand Morsecoat?«, fragte ich. Alle schüttelten die Köpfe. »Keine ehemaligen Pfadfinder in meinem Team.« Julie schob sich an mir vorbei und klopfte mit dem Kolben ihres Gewehrs gegen die Tür. »Bumm. Bubu. Bumm. Bumm.« Wir warteten einige Sekunden. »Bumm. Bumm«, ertönte die Antwort. Das Rad begann sich zu drehen. Ich seufzte vor Erleichterung und versuchte vergeblich mir den Schweiß und die Feuchtigkeit vom Gesicht zu wischen. Ich konnte es kaum erwarten, diese Sauna zu verlassen. Die Tür öffnete sich. Der berühmte französische Jäger Jean Darnay stand vor uns, groß und imposant in seinem schwarzen Panzeranzug, der sich nur geringfügig von unseren unterschied. Er galt als Legende, als einer der besten Jäger aus Europa, und er hatte Monster an mehr Orten gejagt als vermutlich jeder andere, abgesehen von Earl Harbinger. Sein Team genoss einen hervorragenden Ruf und viele betrachteten ihn als den Besten der Besten. Außerdem war er derzeit tot. Dasselbe galt für die vier anderen Mitglieder seines Teams, die neben ihm standen. »Wir haben schon auf euch gewartet,« sagte der Vampir. w أوberne w lemonade in